Da wir jetzt Sound haben, dann erstmal ein herzliches Willkommen zum Samstag Stream. Wir spielen heute Skyrim, die Spezialedition mit dem neuen DLC, beziehungsweise mit dieser Edition, die hier gekommen ist. Da ist soweit meines Wissens nach alle Creation Club Mods, die man kaufen konnte für Echtgeld, in diesen DLC enthalten. Das heißt, wir haben jetzt alle DLCs dafür und spielen auch nur mit diesen DLCs. Das heißt, wir haben da nichts anderes dabei und wir werden auch nur mit diesem Inhalt dementsprechend spielen. Ich habe das Ganze jetzt einmal runtergeladen. Ich habe gestern bei einem Kumpel reingeguckt, bei dem To Go Us Alive. Und das sah schon recht interessant aus, aber es hat sich bisher auch im ersten Blick nicht ganz so viel verändert. Aber wie gesagt, mach dir lieber selber einen Blick davon, bevor du überunterst. Deswegen, wir starten ein neues Spiel. Ja, wir werden es übrigens nicht mit Controller spielen, sondern wir werden es mit Maus und Tastatur spielen. Ich muss natürlich gleich noch ein paar Feineinstellungen machen, Untertitel reinmachen und sowas. Aber wir werden jetzt erstmal warten. Jeder, der Skyrim gespielt hat, kennt den Anfang von Skyrim. Das ist nichts Neues. Ich wollte es aber nicht skippen, weil ich mir gedacht habe, wenn wir es schon von vorne anfangen, dann nehmen wir natürlich auch direkt alles mit. Deswegen warte ich, bis das durch ist und melde mich danach nochmal bei euch. Ich weiß nicht, wie ihr da seid. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfeld. Jeder, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe dahinten! Und was steht? Jetzt muss ich doch immer reingrätschen. Er hat den Controller reingepackt. Nein, wir spielen gleich... Leicht... Ne, sehr leicht. Leicht, normal, schwer, sehr schwer, legendär. Wir spielen auf Experte. Ich würde ganz gerne... Das machen wir einmal an. Ich muss jetzt mal eben das hereingrätschen, weil ich möchte nicht mit dem Controller spielen. Habe ich doch gerade gesagt. Dialoguntertitel, sonstiger Titel, Tiefenschärfe. Das ist auch volles Maximum. Das Spiel ist über 10 Jahre alt. Helligkeit machen wir auch ein bisschen höher. Ähm... Anzeige. Können wir so lassen. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen höher, aber gucken wir, ob es dann nicht so laut ist. Musik mache ich jetzt nicht ganz so laut. Und ich hoffe, dass das gleich jetzt... Okay, funktioniert. Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jachl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Survengerde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Horingstad. Ich komme... Ich komme aus Horingstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. So. Macher. Dibella. Künaret. Akatos. Ihr Göttlichen. Bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei Ihnen. Verdammte Elfen. Ich wette, Sie hatten dabei Ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Bilod immer noch seinen Wacholder wären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus. Sofort. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet. Wir sind keine Rebellen. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut. Lieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmantel. Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralov von Flusswald. Lokier von Rorik Stunt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt. Ihr werdet mich nicht hochreden. Bogen schützen. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da. Tretet vor. Wer seid ihr? Das wird es für noch nicht, wer wir sind. Moin, Rebellfux. Ja, die Frage ist ja, wir spielen ja nachher im Survival-Modus und wir haben uns jetzt überlegt, gestern haben die Nord eigentlich einen Vorteil im Survival-Modus, da sie ja für ihre Kälte und Empfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt sind. Äh, wäre natürlich ein Nord vielleicht mal die Idee, das zu testen, ob die einen Vorteil im Survival-Modus nachher haben. Wobei wiederum der Nord natürlich auch wieder so ein 0815-Charakter ist. Ja, das ist wie im WoW, man erstellt sich einen Menschencharakter. Das hat kein jeder. Wir wollen was anderes. Wir wollen was Spezielles. Ich weiß noch nicht, was wir nehmen. Ähm, Argonia nehmen wir auf jeden Fall nicht. Äh, Betrone oder die auch, äh, nein, Khajiit nehme ich auch nicht. Äh, Zauberkunst wäre natürlich. Eine Idee. Ähm, der gute Durser hat gestern einen Totenbeschwörer angefangen. Äh, ich mag die Khajiit nicht unbedingt als Charakter. Ein Dunkelelf, äh, hat große Schleichfähigkeiten und magische Kräfte. Das wäre natürlich sowas Richtung WoW, Lidan, ne? Feuerbrand, Aurang. Hochelfen bin ich gar kein Freund von Kaiserlicher. Und die Kampfkunst und Magie. Jeder kann alles spielen. Es ist egal, welche Klasse wir spielen. Es geht darum, ähm, was wir aus unserem Charakter machen. Und ich sehe gerade, der Name heißt Gefangener und es ist in Englisch dargestellt. Das hat man zum Beispiel in der normalen Edition auch nicht. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Was hatte ich denn beim letzten Mal für einen Charakter, den ich gespielt habe? Da könnten wir zum Beispiel Schmiedekunst als Vorteil, Schwerrüstung. Org wäre natürlich so ein klassischer Krieger, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, den wir dann nehmen könnten. Ähm, ich weiß aber noch nicht, was ich spielen will. Ist halt eine gute Frage, ne? Ist schwierig, ne? Ähm, natürlich ein Widerstand gegen Gifte. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, Giftwiderstand. Ähm, weil wir nachher auch das Problem haben, dass wir, ähm, Gegner haben mit Giften. Also wir sollten schon gucken, dass wir etwas nehmen, wo wir so ein bisschen Resistenzen haben. Weil es ist natürlich Resistenz gegen Gifte und Krankheiten. Und die sind gute Schützen. Dann würde ich aber einen Jäger spielen. Dann würde ich aber eine Frau spielen, aber keinen Mann. Boah. Ja, wir könnten mal, ähm, den als weiblichen Charakter spielen. Es gibt ja die Geschichte nachher, wo sie ja jemand suchen, die ja eine Rotwar Drohenden ist. Ich glaube, ich habe es ja falsch ausgesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann auch zuzählt, wenn wir ein weiblicher Charakter sind. Das wäre natürlich jetzt natürlich auch eine sehr interessante Idee. Ähm, Adrenalinschub hört sich eher so an wie Schurke. Ja, das ist ja Herausforderung oder so, aber was für einen Charakter will ich haben? Das ist halt immer das Schlimme. Schlimme, mit was wollen wir spielen? Was ist das was? Wir nehmen einfach mal den, wir nehmen den hier einfach mal. Wir gucken mal, was haben wir denn für Geschlecht? Da sieht sie fast so aus wie die... Ach, wie heißt sie denn jetzt hier? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wir gucken mal bei den Männern, was haben wir da für Vorlagen? Den könnten wir doch schon fast nehmen. Der wäre auch nicht schlecht. Das könnte man so einen Totenbisch schwerer raus machen. Der wäre nicht schlecht. Ich glaube, da haben wir schon unseren Charakter gefunden. Der wäre sogar noch besser. Wir gucken mal bei den Frauen, was wir da für Vorgaben haben. Wir werden aber wahrscheinlich den Mann spielen. Wir werden den nehmen. Hautfarbe können wir so ein bisschen variieren. Und der Hase gerade wieder schnupfen. Seht eher aus, als hätte er einen Sonnenbrand gehabt. Weil der Bart, der passt nämlich fast zu meinen. Wir nehmen die Farbe. Gewicht. Achso, das ist, der starke Muskeln hat oder nicht? So, Kopf würde ich schon sagen. Bleiben wir so. Narben lassen wir weg. Kriegsbemalung, was haben wir denn? Dann könnte man so was Rotes nehmen. Ich weiß auch noch nicht, welche Richtung wir spielen werden. Also, den Herausforderungsmodus haben wir so nachher, weil wir den Survival-Modus spielen. Und wir halt überleben müssen. Und es wird nachher sehr schwierig. Das Ganze zu überleben. Nee, das will ich nicht. Das ist so auffällig. Das passt nicht. Das sieht aus, dass ich den Leppenstift gehabt habe. Nehmen wir das von Anfang an. Nee, wird das nehmen wir. So, Gesicht. Nasenart, ja, die können wir so lassen. Äh, Wangenfarbe. Die lassen wir, glaube ich, auch so standard den Rest lassen oder so. Weil wenn ich jetzt anfange, die Nase zu erinnern, gefällt mir die Nase nachher nicht. Augenfarbe. Guck mal, das passt eigentlich ganz gut. Das ist semi-hell. Was dunkles mit den blauen Augen. Das würde auch sehr gut passen. Von der Augenfarbe her. Eigentlich will ich was. Das ist sogar noch besser. Ne, das ist sogar noch besser. Äh, was haben wir denn sonst noch so? Lidschatten, Lids. Farbe, Lidschatten, Farbe. Brauchen wir alles nicht, weil es ist keine Frau. Augenbraue sieht man die überhaupt? Ich glaube, die sieht man gar nicht, ne? Oh, das ist auch egal. Können wir da die Farbe ändern? Ähm. Die Art können wir ändern. Aber ganz ehrlich, die siehst du gar nicht wegen der Kriegsbemalung. Den Mund würde ich auslassen. Können wir die Farbe, Lippenfarbe, die können wir ändern. Ähm. Die würde ich dunkle machen. Machen wir die. So, Haare. Haare brauchen wir eigentlich keine. Wir können mal gucken, passt noch irgendwas anderes dazu. So, ich würde schon fast sagen, wir behalten die Haare, die er hat. Wir behalten die Haare. Ähm. Bart würde ich direkt auch dabei bleiben, den er hat. Ja, so lange ist mein Bart noch nicht. Fast auch noch nicht. Es sind so viele Bartarten da drin, aber den Bart, den ich trage, den haben sie nicht. So, nehmen wir den. Nehmen den Bart. Haarfarbe. Machen wir schwarz. Haben wir auch einen Rot? Kein Rot, was mir gefällt, dann machen wir da schwarz. So, nehmen wir den. So, fertig. Ja, ne, wir geben ihm einen Namen. Warum macht er das jetzt? So. Jetzt haben wir unseren Charakter. Was macht ihr hier, Rotwardone? Seid ihr ein Söldner? Ein Seemann von Strauss-Makai? Nein, hier stimmt etwas nicht. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hammerfeld zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann Gefangener. Macht er automatisch mit dem Folgen. Also da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist nämlich alles jetzt doch quasi Sachen, die man nicht skippen kann. Vor allen Dingen, wenn man darauf achtet. Manche hier in Helden nennen... Die haben die Hände vorne verbunden, nicht hinten. Ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Und Talos Willen schweigt. Und bringen wir die Sache hinter uns. Genau, Zeit ist Geld. Also mach hinter. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Ja, ja, wir sind schon beim Nachmittag, aber so ein Morgen passt doch nicht ganz. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Die lachen ihm wohl eher aus. Und ihr stellt euch mal vor, der wird daneben schlagen. Der wird ihn voll in den Rücken hauen. Da trägt er den Kopf ab. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod in Sturmäckern! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Rotwadone, ihr seid dran. Immer auf die anderen. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Weil man hat ja auch keine andere Möglichkeit. Wenn du es nicht tust, wird es ja direkt getötet. Also ist egal, was du tust. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Unser Lebensretter. Was habt ihr gesehen? Bitte den Volken! Ein Drache! Wie ist das möglich? Jetzt können wir anfangen. Kann ich mich jetzt eigentlich bewegen? Ja, wir kennen das Ganze schon. Musst du mal kurz in die Steuerung reinkommen. Das war die Altaste. Ja, das kennen wir alles schon. Jeder, der Skyrim gespielt hat, der kennt die Sachen schon. Deswegen, das werden wir uns ein bisschen beschleunigen, das Ganze. Das muss ich doch mal, ich bin zu langsam gewesen. Also man kann hier auch durchlaufen und haut der Drache direkt wieder ab. So, ich muss hier nur antitch, die Altaste. Müsste der eigentlich gleich? Da ist er. Also eigentlich hat der Schütz sich jetzt einfach schuld, weil er hat nicht nach hinten geguckt. Wem gehen wir denn mal? Gehen wir mit den Sturmmanteln oder gehen wir mit dem Kaiserlichen? Nicht gerade, ist eigentlich egal, wen wir nehmen. Gehen wir einfach hier ran. Nehmen wir direkt die Lederrüstung. So, Hattwa, mach mich los! Wenn wir hier Gold plündern, kann ich auch noch nicht machen. Können wir eigentlich nur safen? Ah, okay, Schnellsprechern funktioniert. Mach mal aber los, damit ich dich erwürgen kann. Weitere noch. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennung stehe. So, die Münzen nehmen wir mit. Irgendwann hatten wir, glaube ich, auch noch Bücher. Nein, das war dann durch eine Mod. Wir haben hier irgendwo noch die Truhe. So, das haben wir. Schwerte nehmen wir mit. Beinen brauchen wir nicht. Ja, da ist eine Rüstung drin, da ist ein Schwert drin. Und wir müssen uns das noch ausrüsten. Ich muss erstmal gucken, wie das jetzt hier wieder ging. Das ist schon so lange her. Ja, ich weiß das. Das weiß ich noch. Ein wenig. So, welche Magie haben wir denn überhaupt? Lass uns mal kurz gucken. Giftresistenz. 50% gegen Gift. Ah ja, ein Widerstand. 50% Widerstand. Ausdauerregeneration mit 10-facher Geschwindigkeit. Das ist auch nicht schlecht. Aber wie oft konnte ich die Kräfte denn benutzen? Einmal am Tag, glaube ich, ne? Heilung machen wir mit rein. Zerstörung haben wir nur Flammen drin. Bewegung. Das machen wir auf 1. Das war, glaube ich, auf Y. Nein, dann machen wir das auf 8. 4 und 3. Nein, 4 und... Okay, dann eben nicht. So. So, nein. Falsche Taste. Okay, jetzt haben wir Feuer. Perfekt. Sturm-Mäntel. Vielleicht lassen sie mit sich reden. Aber in welchem Jahr dem Studium, dass die sich mit sich reden lassen? Was hat auch keiner von denen? Ein Schild. Doch, die hat ein Schild. Lass mich mal sehen, ob ich diese... Also, was haben wir? Krieg-Axt. Äh, Krieg-Axte, meine Güte. Das nehmen wir mit. Killehandschuhe, die nehmen wir auch mit. Objekte. So, Waffen. Nehmen wir das direkt. Können wir ausrüsten. Und das Schild nehmen wir auch mal direkt mit. Jetzt müsste er eigentlich... Nein, hat er jetzt nicht gemacht. Warum hast du das jetzt nicht gemacht? So, den Favoriten zufügen. Den entfernen. Den hinzufügen. So, Bekladung. Hat er das Schild jetzt noch in der Hand? Hat er das Schild nicht mehr in der Hand? Oh, das gibt's doch nicht. So, jetzt müsste er das aber in der Hand haben. Zwei Händler will ich gar nicht. Holen müssen wir mitnehmen, das brauchen wir nachher. Na, ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Das stöhnt aber, der kleine Lübiger. Eine Güte, dass man so einen aufschlagen muss. So, was haben wir hier? Felsstiefel. Brauche ich alles nicht. Ich nehme jetzt nicht so viel mit, weil sonst kann man nachher nicht mehr laufen. Ähm, wir nehmen hier die Sachen auf jeden Fall mit. Wenn wir gleich nachher im Survival-Model spielen, brauchen wir das, weil wir selber kochen müssen. Was wir brauchen, alles, was wir mitnehmen können. Brot nehmen wir mit, das können wir gleich zum Beispiel essen. Salz nehmen wir mit. Kräuter müssen wir aber auch pflücken, die brauchen wir nachher auch. Nehmen wir im Schrank, Bügeleisen und Kuh kann ich nicht gebrauchen. Hier müsste auf jeden Fall was drin sein, das nehmen wir mit. Salz, das ist leer. Großer Sack, Salz. Das müssen wir dann gleich auch noch probieren, damit wir wissen, was das für eine, für die Alchemie wir das nachher. Wisst ihr irgendwas? Tomate? Salz ist, glaube ich, sehr rar in Skyrim, ne? Also, ich glaube, so viel gab es da gar nicht von. So viel gab es da, glaube ich, gar nicht von. Einfach mal hier Flammen reinhalten. Ja, ich will den Polterer töten. Weil ich will die Mütze gleich haben. Also, den werden wir gleich umlegen, weil ich will die Mütze haben. Schienen bin ich aufgebracht, über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr denn nicht, dass... Nehmen wir mit? Das wollen wir nachher mal reingucken. Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Mir ist das so ein bisschen schade, dass du, sobald du was nimmst, dass sich das Ganze dann... ...unterbricht hier mit der Unterhaltung. Obwohl. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Kommt mit uns. Wir müssen hier raus. Ihr habt mir nichts zu sagen, Birschchen. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Dann haben wir auch spät realisiert. Geh mir mal ein paar Liedriche. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie wochenlang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen. Gucken wir mal. Haben sie keine Mod mit reingemacht, ne? Dass du sehen kannst, wie das knacken musst. Gerne. Nehmt all meine Sachen, bitte. Dann nehmen wir alles mit. Was haben wir hier? Da können wir nichts machen. Okay, sind die jetzt rübergegangen? Er guckt uns jetzt die ganze Zeit an. Er hat mal hier mal rüber. Ich komme gleich. Ich bringe das Buch noch hier mit. Während euch können wir auch mitnehmen. Dort entlang gibt es keinen Ausgang. Versteht ihr? Ich will den nämlich gleich umlegen. Ich stehe auf eurer Seite. Er regeneriert sich so schnell. Ich kann euch nicht noch einmachen. Ich glaube, ich hatte ein bisschen mehr wie Goldzertubo gestern. Weil der hat da ewig viel gebraucht. Bis er den gekriegt hat. Denn ich will einfach nur die Kapuze haben. Dadurch können wir auch mitnehmen. Denn die Kapuze ist erstens besser als unsere. Und vor allem sieht die auch stylischer aus. Können wir es hier lassen. Wenn ich jetzt einmal raus scrolle. Also ich weiß nicht, wie man da durchgucken kann. Aber man sieht hier nicht viel. So, lassen wir kurz gucken. Objekte. Nein, wo war das jetzt mit dem Favoriten? Da. Eins. Dann machen wir das auf vier. Die müsste ja eigentlich. So, bin da. Ich glaube, wir das Gold mitnehmen. Und das war auch der einzigste mit dem Geldbeutel, ne? Da ist nix drin. Und der ist offen. Okay, dann können wir weiter. Mal zwischendurch speichern. So, hat mal, gibt Gast hier. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Wir wollen heute noch nach... Flusswald war das, glaube ich. Dann sagt er, der hier die ganze Zeit stehen bleibt und irgendwelche Sachen sammelt. Das sind wir auch mit. Ich glaube, die Äxte konntest du gar nicht upgraden, ne? Also, dass dieser Plus-Schaden drauf kam. Oder war das doch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo ist der Ausgang? Es gibt keine Ausgang, Junge. Falsche Taste. Hey, drei gegen eins ist unfair. Der Lappen. Ihr könnt mich nicht schlagen. Oh, sieh, ich hab dich gerade geschlagen. Ich muss ja kurz gucken wegen dem Buch. Wo haben wir das Buch? Ähm... Funken ist das. Ja, Funken ist eigentlich uninteressant. Ich wollte eigentlich... ...leute wiederbeleben. Viel Spaß. Ähm... Habe ich's jetzt alle gekillt? Ups, ich hab, glaube ich, alle getötet. Hehehehe. Passiert. Streitachs langwogen. Nehmen wir mit. Fall und Bogen kann man immer gebrauchen. Den machen wir dann auch direkt in die Favoriten. Den machen wir dann auch fünf. Eisenpfeil. Und wo ist der Folterer? Oder war der nicht dabei? Auch Folterknechte ist er doch. Armschienen. Bekommen wir auch nochmal Rüstungsupgrade dazu. Ja, lass mich mal gucken wegen meiner Ausrüstung hier. Überhaupt wech. Ich glaube, wir hätten gar keine. Voll, die war zu blöd, einfach einen Hebel zu bedienen. Gab es hier keine Fackeln? Hier gab es doch Fackeln. Boah, das ist schon so lange her, dass ich jetzt Garin gespielt habe. Ja, ja, das stützt da ein. Das ist uns auch allen bekannt. Wir hatten nach Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Ja, was heißt über uns? Wenn ihr zusammengebrochen wärt, dann würde ja die Geschichte ja nicht wirklich weitergehen. Komm ich hier noch irgendwas? Warum steht hier eine Laterne? Warum können wir die nicht mitnehmen? So viele Fragen. Jetzt kriegen wir gleich die ersten Gifte, die wir sammeln können. Ja, schleichen, ja, müssen wir auch verbessern. Ganz wichtig. Man weiß ja nie, wann man mal schleichen muss. Wird aber, glaube ich, nicht unser Hauptmerkmal werden. Ja, hey, hat wahr, äh, hat wahr. Geh doch mal da hin. Sind doch noch ein paar Spinnen. Okay, der hat jetzt... Ja, zum Glück haben die das nicht mit eingebaut. Riesenschlange, das wäre natürlich auch schon was gewesen. Nein, steckt die Waffe wieder weg hier. Spinnei. Wir looten hier recht gründlich. Sagen wir mal so. So, wo sind denn unsere Zutaten? Jetzt wissen wir zum Beispiel direkt, was da drin ist. Hier entlang scheint es richtig zu sein. Ja, wir speichern aber zwischendurch. Mit schnell speichern. Ich weiß gar nicht, ob das im Survival-Budits nachher auch geht. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Da gibt es direkt erstmal einen neuen Helm für uns. Ja, ja, die Bärin ist uninteressant. Da kannst du dann vorbeilaufen. Guck, da passiert nichts. Siehst du, die bleibt da einfach sitzen und die ignoriert uns vollkommen. Da ist das gerade vollkommen egal. Man hätte hier noch so zwei, drei Gegner hinmachen müssen. Es gibt mir das gerade so ein bisschen. Jeder kennt den Anfang. Es dauert immer eine halbe Stunde, das Ganze. Immer. So grob gerechnet. Ja, es liegt gleich der Drache runter. Ja, ja, wir möchten den Überlebensmodus einmal einschalten. Jetzt spielen wir im Survival-Modus und ab jetzt wird es halt schwieriger. So wie der Rainfox schon gesagt hat, eine Herausforderung. Wenn man das Ganze weiß, wie man das meistert kann. Ja, der kommt nicht zurück. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, wenn ich so recht überlege, ist es eigentlich egal, wie wir überhaupt helfen müssen. Sie hätten es beide nicht geschafft. Es gibt ja eine Mod, wenn man das Ganze ja skippt. Dann ist es so, dass Hadwar und natürlich auch Ralov bei der Bären sitzen. Die besiegt es in dem Fall, glaube ich sogar schon. Und schwer verwundet sind. Man muss sich für einen von den beiden entscheiden. Und entscheiden uns zum Beispiel, als wir Hadwar, wie wir es jetzt gemacht haben, wird der gute Ralov von einem Stein erschlagen, weil es dann einen Erdrutsch gibt. Und er wird dann direkt getötet, beziehungsweise wird dann direkt aus dem Spiel genommen. Ich hatte es eine Zeit lang leider verbuggt, denn sobald ich hingegangen bin, sind beide aufgestanden, völlig geheilt und habe mich angegriffen. Ich könnte auch an der Mod gelegen haben, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine kaiserliche Rüstung trage, da würde ich die Sturmmäntel angreifen. Und genauso umgekehrt, das war auch eine Mod, die ich eine Zeit lang mal benutzt habe. Und hier zum Beispiel Wachtürme. Ja, ja, ich weiß, dass du Wachtürme hast und Patrouillen hast und dass die Leute dich auch wirklich angesprochen haben auf das, was du quasi anhast und was du machst und so weiter. Also es war ein ganz anderes Skyrim-Spiel als das, was wir bis jetzt haben. So, welchen Stein nehmen wir? Ich würde erst mal sagen, wir gehen mal erst mal auf den Kriegerstein. Denn, ähm, wir können das ja immer noch wechseln. Ich würde sagen, jetzt trinke ich erst mal einen Schluck Wasser. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Ein Krieger? Gut. In dem Moment, da ich euch sah, war mir klar, dass ihr nicht auf den Wagen gehörtet. Die Frage, in welche Richtung unser Krieger gehen wir, das weiß ich noch nicht. Das wäre aber dann entscheidend im Laufe des Spiels. Man hat ja in Skyrim sehr viele Möglichkeiten, seinen Charakter zu gestalten. Und wie gesagt, ich werde sehr gründlich, wenn es geht, alles mitnehmen. Hört zu, wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient. Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen in Ordnung. Jawohl, Seth. Wollte ich jetzt salutieren? Wer ist das? Das ist ein Wolf. Weil jetzt natürlich das Problem ist, ich kann den natürlich jetzt nicht so angreifen, wie es ganz gerne gehabt hätte. Kommt noch einer. Hinter dir, hinter dir. Aber ich glaube, den brauchen wir gar nicht angreifen. Den hat er gleich. Das sag ich doch. Das haben die dabei. Gold, Pilsen. Da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass wenn man sowas macht, dass das Spiel nicht unterbrochen wird. Ich hoffe, dass dieser Drache nicht noch irgendwo hier herumfliegt. Nein, der fliegt hier nicht mehr herum. Bewegung. Mir ist, als wäre der Drache jetzt womöglich da oben und beobachtet uns. Ach, wenn du wüsstest, würde er ist und du wüsstest, wie du recht du auch eigentlich hast, wo er sich gerade befindet. Aber wer das Gabel schon mal gespielt hat, weiß auch, wer der Drache vorhin war und was für eine Position er eigentlich hat. Wir sind schon fast im Flusswald. Ja, ich sehe es. Ich sammle leider gerne Blumen. Kräuter, wollte ich schon sagen. Ich bin halt ein Krieger, der gerne Blumen sammelt. Ich bin der Frau und so, weil ich da schon Staus zusammenbauen und so. Ich bin da nicht so viel wie möglich mitnehmen. Dass wir da vielleicht ein paar Tränke machen können, dass wir uns da so ein bisschen vorbereiten können. Ja, also ich gehe gleich mal die Sachen einmal durch. Ich habe zum Beispiel das Schild. Sieht so bescheiden aus wie immer. Und dann gehe ich gleich mit euch einmal die Sachen durch, was es uns im Survival-Modus erwartet, sobald wir mit unserem Onkel gesprochen haben. Huhn! Ich habe nicht viel zu tun. Ich wünsche dich wie ein Huhn. Na, was geht? Bob. Was ist los? Ich bin die Hühnersprache. Ich bin der Tod. Oh, was haben wir denn da? Neue Rüstung, die mit der Mod reingekommen ist, beziehungsweise mit dem DLC. Was? Jetzt kommt dieses Unlogische gerade, was wir tun, ja? Wir gehen jetzt hier diese Treppe runter, ja? Um die Treppe wieder hoch zu gehen. Warum gehe ich nicht einfach geradeaus durch? Leute, das ist eine Tür, die kann man benutzen. Da ist ein Ring dran. Ja, wir töten das Huhn nicht. Das ist Bob und Bob hat nicht viel zu tun, denn er ist ein Huhn. Und wir können das Gold nicht mitnehmen. Ich bin also frei und setze mich einfach mal. Habe ich den Platz geklaut? Also, ähm... Ich glaube, ich sitze hier falsch. Komm, Sigrid, hier hoch bewegt sich ja alles. Ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch. Ich bringe euch etwas zu essen. Also, Junge. Was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass sich General Tullius' Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinaus geschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardware ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Was brauchen wir denn? Brot brauchen wir nicht. Dietrich können wir mitnehmen. Eisenbarren. Ich gerade können wir den gebrauchen. Ja, wir nehmen den mal mit. Den Stein nicht. Karotte brauchen wir eigentlich auch nicht. Dexbraten nehmen wir mal mit. Obwohl das Futter nehmen wir mal mit. Das brauchen wir. Wir müssen ja eh was essen. Aber den Wein, dass wir kurz gucken können. Stell 15 Punkte aus da wieder her. Regeneriert. 30 Sekunden. Langsamer. Stell zwei Hungerpunkte wieder her. Nein, das nehmen wir nicht. Die Tränke nehmen wir. Das war es aber auch. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Jarl Balgruuf? Er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange wehren. Ich glaube, dass er weder Ulfrig noch Elisiv sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Ja, das haben wir schon. Den Back haben sie immer noch drin, den haben sie leider nicht rausgenommen. Ähm. Okay, das haben wir schon. Ja, ja, ja. Das wollte ich zweiglich nicht, aber gut, okay. Und zack, haut er ab. Bis zack, ist er weg. Kaninchen können wir sammeln. Das heißt, alles, was jetzt nicht rot ist, können wir zum Beispiel mitnehmen. Was mit den Kaninchen nicht zu laut sagen. Was ist das für Ärgersucht? Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Hört mal, ich werde eine Weile hierbleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Weißlauf für den Ehrenmann. Ah, ja. Michael, den Baden. Oh mein Gott. Der Typ, ey. Ja, gut. Lass mal kurz gucken, lass mal in die Tour hier reinschauen. Obwohl, da können wir sogar das Geld mitnehmen. Sehr interessant. Dürfen wir uns ja bedienen in einem angemessenen Rahmen. Also ich hätte gerne einmal alles zum Mitnehmen, bitte. Das können wir auch alles mitnehmen. Wir brauchen das nämlich gleich. Ich will nämlich gleich kochen. Das ist zum Beispiel, was der gute Tourkurser nämlich gestern alles übersehen hat. Es gibt nicht Möglichkeiten zu kochen und er hat auch gestern vieles gesucht. Wobei ich auch sagen muss, er hat selber noch nicht den Survivor-Modus ausgiebig gespielt. Oder sehr lange gespielt. Ähm, wir brauchen halt Essen. Zum Beispiel Suppen sind sehr gut. Die können wir sehr gut benutzen, um nachher Wärme wieder herzubekommen. Oder ist das hier keine von denen? Gemüsesuppe. Regeneriert sogar Gesundheit. Nein, heiße, genau. Heiße Suppen. Kartoffelsuppe zum Beispiel. Feuersalze brauchen wir dafür. Die nachher zu bekommen, das dürfte äußerst schwierig, glaube ich, werden. Ähm, die Feuersalze brauchen wir, um Kältepunkte wiederherzustellen, weil sobald wir in ein kaltes Gebiet gehen, ist es so, dass unser Leben schrumpft. Wir können uns dann halt durch unsere Ausrüstung dann nochmal aufwärmen. Deswegen würde ich jetzt erstmal gucken. Kohlsuppe, die könnten wir zum Beispiel machen. In welche Punkte geht das eigentlich? Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das geht. Alchemie? Nein. Wir können auch weniger tragen übrigens. Außer wir haben hier weniger Möglichkeiten, dass wir es hier tragen können. Man kann sogar Käse herstellen. Salz und Milch, guck. Okay, also man sieht, man braucht hier für alle Salz. Sonstige Sachen haben wir nichts da. Okay, das heißt, wenn wir so ein bisschen was gekocht, wir müssen natürlich auch schlafen und wir müssen essen. Jetzt muss ich erstmal gucken, Objekte, Zutaten. So Brot und sowas, das ist ja relativ easy. Das kann man dann schnell futtern. Aber was natürlich nicht so gut gemacht ist, ist dieser Modus, wie schnell man wie viel man essen muss, damit das Ganze funktioniert. So, Hardware ist jetzt nicht... Ich bitte ganz gerne das Ding mitnehmen. Wo ist Alvor? Er wollte doch an der Schmiede arbeiten. Ach, da ist er doch. Komm mal, ähm... Ja, ich will aber was von dir. Ich möchte mal... Mein Pferd mit einer Rüstung auch statt. Lass es auch durch eine Modus. Ähm... Schmiede benutzen. Kann ich nicht mit dir handeln? Kann ich noch nicht. Okay. Nehmen wir erstmal hier rein. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer. Kein Drama. Keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ja. Wir setzen uns einfach mal kackendreist dahin. Gibt es denn hier neue Ausrüstungen? Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Ähm... Ich weiß nicht. Ich will mal gucken, was dein Bruder so alles hat wollen. Das kann ich jetzt alles nicht mitnehmen. Und wenn ich dem nachher helfe... Aber das Flusswald... Kann ich so ein paar Sachen... Bitte. Ich will gerne hier einkaufen. Das Flusswald-Handelskonto hat alles, was man sich von einem gemischbaren Laden wünschen kann. Für manche ist es Ransch. Für mich sind es Schätze. Dann schauen wir doch mal deine Schätze. Ja, Handel. Gucken wir mal. Es gibt nicht auch neue Sachen. Na, Angel. Können wir zum Beispiel kaufen. Und da brauchen wir aber keine kaufen, soweit ich weiß. Die finden wir auch gleich. Tragfähigkeit wird um 75 Punkte erhöht und steigert die Ausdauer um 20 Punkte. Kostet mal eben 248 Gold. Also, man gönnt sich ja sonst nichts. Anglerkleidung. Ihr seht, der Rüstungswert geht runter, aber der Wärmewert steigt auch nicht. Da steigt der Wärmewert, weil die Gruppe den kompletten Charakter abdeckt. Liebesrucksack, Schlösserknacken ist einfacher. Dunkler Rucksack, der kostet zum Beispiel 140, den könnte man sich holen. Eisenplattenstiefel. Ja, das müsste, glaube ich, auch eine Mod sein. Also, von dem DLC sein. Jägerrucksack übrigens auch. Magierrucksack gibt es. Den hatte zum Beispiel der Togusa-Gänzer nämlich nicht drin. Und er hat ihn gesucht. Das Amonent ist drin. Robe der Illusion. Felsarmschienen des Schlägers. Waffenlose Treffer verursachen zusätzlich 10 Punkte Schaden. Nur 10? Alter. Wenn du da mit einer auf die Schnauze kriegst, dann tut das erstmal eine Weile weh. Felsarmschack mit Schlafsack. 75 Punkte. Erfolge, Taschendiebstahl wird erhöht. Bogen, Bögen verursachen höheren Schaden. Wässerknacken ist einfacher. Also man hat diesen Wendung-Stuff mit drin. Soweit ich weiß, brauchen wir aber, glaube ich, keine Karte. Was ist das denn hier? Eine Karte Weißlauf. Kaufen wir mal. Frostbiz, Hellsehen, leichter Schutz, Raserei, Zombie-Erwecken. Nehmen wir auch mal mit. Ähm. Was haben wir sonst noch? Das Übliche halt, ne? Stroh. Warum nicht hier Stroh? Ziegenhörner. Ja, das Übliche. So, den kannst du haben. Den kannst du auch haben. Den kannst du haben. Äh. Eisenpfeile behalte ich. Bekleidung. Eisenhelm, den müssen wir gleich tauschen. Die kannst du haben. Die will ich entzaubern. Den kannst du auch haben. Zaubertränke behalten wir. Essen. Behalten wir auch erstmal alles. Zutaten. Muss ich gleich einmal alles testen. Bücher. Kannst du haben. Das kannst du auch haben. Zombies Erwecken und Angelkarte behalten wir ebenfalls. Und Stella kannst du auch haben. Den Rest behalten wir. Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold. In Form einer Drachenklaue. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt. Ja, machen wir gleich. Lass mal kurz in die Ausrüstung. Bekleidung. Die Folterkapuze heben wir übrigens auf. Ich weiß nicht, ob man da jetzt auch was reingebracht hat. Dass man zum Beispiel die Gegenstände verbessern kann. Also auch vom Wärmewert her. Angelkarte Weißlauf. Okay. Ich kann damit jetzt ehrlich gesagt nichts anfangen. Kann man sonst noch Zombie erwicken? Ah, nein, 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 nein. Die wollte ich doch gar nicht. Das machen wir dann auch gleich mit rein. Bücher, Zutaten. Knoblauch haben wir schon probiert. Die nehmen wir auch mit sonstigen Sachen. Lass mir kurz gucken. Nein, Zauber müssen wir doch auf jeden Fall mit in die Magie mit reinnehmen. Sie braucht jetzt nicht mehr gehen, denn sie wird uns jetzt gleich sagen, pass mal auf, Dude, du musst da hinten her und dann über die Brücke. Aber da springen wir jetzt einmal eben. Wir gehen nochmal nach ihm. Können die Götter über eure Kämpfe wachen? Kann ich mir bei dir nichts kaufen? Da. Was hast du denn? Er müsste eigentlich auch ein paar neue Sachen haben. Ich würde ganz gerne die Axt mitnehmen. Schilds, optimal. Besuchungswert plus zwei ist schon gar nicht so schlecht. Ich möchte das mal an Eisenplattenhelm. Boah, ich würde die so gerne mitnehmen. Hat aber nur plus eins. Schade eigentlich. Lohnt sich im Endeffekt nicht, das Ganze abzugraden. Die könnten wir holen. Eisenstiefel. Da gibt es nochmal Wärmewert plus elf, weil wir hier nochmal Leder drin haben. Lederstiefel. Lederstiefel, die Frostresistenz ist aber allerdings glaube ich nur für Magie. Und der hat sogar einen besseren Wert. Eine bessere Rüstung als der andere Helm. Oh mal hier, die Werte, ne? Aber die Preise. Die Preise. Oh mein Gott. Das ist am Anfang sehr, sehr, sehr teuer. Ja, ich weiß. Wir müssen da hoch. Das mit Fendal habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gemacht. Bewusst. Ich mache das erstmal mit Camilla. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Kind, geh. Ich habe mich den ganzen Tag zahlt. Okay, läuft hier nur ein Huhn rum? Anscheinend. Ja, ich bin doch schon da. Man dreht sich doch nicht andauernd um. Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lukans fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Einfach nur schlau. Weil wir warten, muss ich mich jetzt hier zurückstellen, damit du weiterläufst. Ja, die KI-Logik, ne? Jetzt kannst du plötzlich hören. Ja, komm Kind, wir haben den ganzen Tag zahlt. Ich will eigentlich noch in die Taverne. Da müsste, glaube ich, da hat er gute Tugel gestern die Angel gefunden. Und da liegt die Angel. Das werden wir uns gleich auch einmal anschauen. Wir wollen uns dann natürlich so best wie möglich, oder so gut wie möglich, auf das, was uns gleich erwartet oben. Richtung Ölsturz-Hügelgrab vorbereiten. Was macht er denn, wenn sie jetzt verheiratet ist? Also, man kann sie ja heiraten. Weil sie ja einer der Charaktere ist, die heiratbar sind. Nur um Köder! Äh, von Allern Seevogel, ah ja. Okay, wie viel Kapitel 1? Ja, das haben wir gerade gefunden. Okay, Angelzubehör. Böder und andere, wie die Unter- und die Silien. Also, das, was wir gerade überlegen haben. Schnur auswerfen. Ich gehe da mal so ein bisschen durch. Ich will mir das jetzt nicht ganz durchlesen. Selten und ungewöhnliche Fänge gibt es auch, okay. Togo, du geiler Hund. Wie ist die Lage? Super und selbst. Aber Morty ist nicht schlecht. Der gefällt mir, Togo. Der ist echt gut, der Schwung. Morty. Na, Morty, heute schon gemordet? Ja, einkaufen war die Hölle. Ey. Wir sind auch gerade eben nur schnell nach Kaufland und wieder zurück. Es war grausam. Wir haben nicht mal ein Parkplatz fast bekommen. Als ob es morgen keine Sachen mehr geben würde. So, ich muss die Angel ausrüsten. Ähm, Waffen war das, ne? Ähm, den machen wir mal auf 6. Den machen wir mal auf 7. Ja, das weiß ich auch nicht. Ist jemand Feiertag? Ich glaube nicht, ne? Fangeln. Aktivieren. Seine Schnur einzuholen. Tust du das? Okay. Einen starken Zug an deiner Schnur geht. Dann holst du dein Fang ein. Ein Kreuzang an der Wasserbaufläche. Im Ausbruch an deiner Schnur stammt vom Fischen in der Nähe. Okay. Ähm. Hier tasten es erst das mit dem Einholen. Oh, guck mal. Der sieht aber... Der sieht aber gar nicht so schlecht aus, der Fisch. Der sieht gar nicht so schlecht aus, der Fisch. Ach, eh. Ah, okay. Muss aber nachher nochmal, glaube ich, so ein bisschen am Stream rumstellen. Weil er so ein bisschen zickt heute. Schlusspeitschein zugefügt. Ach, ich kann jetzt mal... Ach, ne. Ich kann jetzt mal was Neues. Wir angeln jetzt mal so ein bisschen. Ich möchte euch mal so ein bisschen angucken. Okay. Okay. Hier so ein kleiner Fisch. Also Togo hat gestern eine Krabbe rausgeholt, ne? Togo hat gestern eine Krabbe gegangen, glaube ich, ne? Da muss ich den Fischköder wechseln. Ach, gut. Da vorne steht sogar eine. Da kann ich jetzt gar nicht in die Richtung gucken. Wir warten mal so ein bisschen. Hier eine Krabbe, ne? Ich komme jetzt da drauf, wieso... Ja, ich muss... Ja, es ist halt das Internet, was halt muckt. Weil er hat schon wieder Friends verworfen, aber ich glaube, so weit läuft es sehr stabil eigentlich. Ich habe schon zu früh rausgeholt. Äh. Ich kriege nur den Flutpeitscher. Ich trage gerade nichts anderes raus. Da ist das halt was an Fischen, was man gefangen hat. Und das ist quasi egal, welche Sachen du nimmst. Aber wir können auch nur, so wie es aussieht, an bestimmten Punkten angeln. Also wir können nicht überall angeln, denke ich mal. Oh! Spatenfisch! Auch nicht schlecht. Also man muss so ein bisschen Geduld dafür haben. Das Internet macht den Stream legit. Das Internet macht den Stream legit. Ich habe ins Rollschädel gehangelt. Ich habe ins Rollschädel gehangelt. Geil! Wir machen gleich weiter. Also ich will noch so zwei, drei Mal angeln und dann gehen wir gleich weiter. Also keine Sorge, wenn jetzt die hier durchgehend angeln. Ich bin früh gedrückt. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Und dann kann ich den Ofen anmachen. Dann kann ich die erste Folge gleich eben beenden. Beziehungsweise ich müsste pausieren. Dann mache ich mal gleich kurz Pause-Taste. Karaffe, was ist denn eine Karaffe? Also wir angeln hier wirklich alles Mögliche. Aber ich glaube, wir haben gerade keinen Köder dran. Kann das sein? Dass wir keinen Köder dran haben. Dass wir gerade so viel Crab deswegen angeln. Und ich muss gleich noch die Fenster zumachen. Das heißt, ich muss dann gleich mal eben kurz afk. Ja, also wir probieren es das doch einmal mit Köder. Ich weiß nicht, ob es da ein Gefäß für Süßigkeiten wie Wein. Ah, okay, das können wir dann verkaufen. Mach das! Bis gleich! Ich habe mit Laternen gegangen. Okay. Anscheinend gibt es da jetzt keinen großen Unterschied, mit was wir jetzt angeln. Ihr seht gerade das Symbol. Wir haben dieses Schnee-Symbol. Das heißt, uns wird kalt. Und das heißt, wir müssen uns aufwärmen. Das können wir zum Beispiel durch eine Fackel machen. Durch eine Suppe können wir das machen. Oder wir gehen in eine Taverne und können dann das Ganze dort auch machen. Das heißt, ich stelle mich jetzt einmal hier hin. Bin gleich dann wieder da. Mach eben Fenster zum Ofen an. Und dann machen wir weiter. Ich lasse die auch noch jetzt aber laufen, damit ihr das Gespräch von denen noch ein bisschen mitbekommt. Ja, das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Der Königsmörder soll zittern und wem'n. Der Königsmörder soll zittern und wem'n. Und dann kommt Tulfrig mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und kommt unser Entfüchter, Sofengarde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin wieder da. Das kriegen wir ja gleich noch einen Drehwurm. Bei dir wollte ich jetzt was. Gibt's Arbeit. Habe ich wieder wollen? Muss auch noch gucken. Ja. Das Weizen- und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Wir haben aber kein Geld. So, lass mich mal gucken, was haben wir denn hier Schönes. Ausdauersenken könnten wir zum Beispiel machen. Ja, wir sind hungrig, das ist mir klar. Magik kann wieder herstellen, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ähm, abgeschlossen ist still ein Zaubertrank her. Ähm, wir können glaube ich auch Sachen zusammenbasteln. Also wir können auch einfach... Taten, wir können auch einfach irgendwas zusammenbauen, ne? Und dann gucken, was da rauskommt. Nein, ich würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal nochmal einen Magikertrank. So, jetzt können wir glaube ich gucken, Zutaten. Bergblume können wir mal mit hinbeiden. Okay, da passiert nix. Da passiert auch nix. Oh, Wüstling. Da müsst ihr erstmal gucken, was der hat. Nein, da müsst ihr mal gleich gucken. Gebt mir ein Rumpenbier. Ausdauer wiederherstellen. Ausdauer senken. Fisch ist unbekannt. Magikert wiederherstellen. Ausdauer wiederherstellen. Jetzt glaube ich gerade gar nix, ne? Wir gucken mal. Passt auch nicht. Wir machen einfach mal nacheinander. Beiden passen nicht. Was ist das? Achso, achso. Das, was du gesagt hast. Jetzt habe ich den Fisch weggemacht, ne? Die Pilze machen wir jetzt nicht weg. Die probieren wir gleich erstmal. Fusspalsch habe ich drei Stück. Da passiert auch nix. Man muss mal so ein bisschen rumexperimentieren. Ah, siehste, da haben wir zum Beispiel was. Giftresistenz. Gut, okay. Zutaten. Noch ein Mail. Feuerresistenz haben entdeckt. Alles andere kennen wir bereits. Nein, den Fisch noch. Gesundheit senken. Okay, ja. Das hat uns natürlich voll getroffen. Ich würde sagen, wir nehmen uns ins Zimmer. Ihr seid die... Natürlich. Für heute gehört das Zimmer. Welches Zimmer ist das? Sie hat drei Zimmer. Und wir wissen nicht, welches Zimmer ist. Und das ist das hier. Wir haben mit zehn, das sind zwar so acht Stunden schlafen. Dann haben wir es eigentlich relativ früh. Das passt dann so. Wir sind aufgewacht. Und wir müssen unbedingt was essen, sehe ich gerade. Magie, Objekte. Ähm, Essen. Ich stelle zwei Hungerpunkte her. Also, wir nehmen schon was. Seht ihr, guck mal, direkt so eine super... Tag, Mann. Du fühlst? So, was willst du? Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits meint, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Ja, wie immer. An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswaldhandelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht sieht Camilla in Feendal etwas mehr als einen Freund. Aber warum ist darauf ankommen lassen? Hier, gebt Camilla diesen Brief. Er ist voll giftigen Unsinns. Sagt ihr, er sei von Feendal. Das können wir machen. Wir machen es aber anders. Wir machen das ein wenig anders. Ich muss die erstmal wieder einstecken. Also Objekte. Und Kopfgelder. Wo haben wir das? Stille Monde. Ja, das ist üblich. Da gehen wir noch nicht hin. Jetzt ist schon echt sauer. Er ist schon echt riesgeschrieben. Ich weiß das gar nicht. Haben wir schon offen? Ihr seid ein strammer junger Mann. Lasst euch mal wiedersehen. Die baggert uns gerade an. Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er... Er wollte mir weismachen, dass Feendal das geschrieben hat? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Feendal reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Machen wir. Lucan und ich warten im Laden noch. Ähm... Was hat er denn jetzt? Ey, Bob hat sogar ein Bro. Der hat sogar ein Bro. Da gibt es wieder zwei Bobs. Ähm... Ich muss den Feendal. Der müsste eigentlich hier irgendwo rumlaufen. Oder der ist gerade zu Hause. Das kann natürlich auch sein. Was haben wir hier? Das dürfte, glaube ich, nichts sein, was wir holen können. Nee, dann müsste der gleich kommen. Oh, wir können sogar Sachen einsangeln. Und das ist kein Diebstahl in dem Sinne. Eigentlich wäre es Diebstahl, weil wir es ja Claren. Aber in dem Fall ist es kein Diebstahl. Was willst du denn? Oha, das hat da einfach nur so rumgelegen. Mann, hätte ich das doch nur zuerst gefunden. Wer weiß, wie lange das Ei das schon liegt. Vielleicht ist es ja auch faul. Ich habe jetzt ein faules Ei mitgenommen. Ich finde es noch nicht da. Wir warten mal noch eine Stunde. Gucken wir dann mal, ob er dann da ist. Kartoffeln, die nehmen wir auch mit. Sie haben euch an, wie er den Abfall durchwühlt. Was er wohl verloren hat, außer seinem Verstand. Mit wem redet sie bei uns? An den kannte ich jetzt auch noch nicht. Hilde. Niemand glaubt mir, doch ich sage euch. Ich habe einen Drachen gesehen. Bei Shaw, was wollt ihr? Ja, nix von dir. Fiddle, da bist du ja. Hi. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Genau das hier. Ich weiß, eure Hilfe zu schätzen. Bitte nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Okay, dann dürfte das jetzt alles sein, ne? Abgeschlossen. Dann sollten wir mit der Quest durch sein. Das ist eigentlich dann auch... Ich glaube nicht, dass wir nehmen. Gut, wir save nochmal eben. Ich mache jetzt erstmal nur Quick-Saves. Jetzt gehen wir Richtung Ödstuhl-Zügel-Grab. Ich hätte eigentlich nur mal Bock zu angeln. Das hat gerade so viel Spaß gemacht. Dass ich echt nur mal Bock hätte zu angeln. Aber das machen wir jetzt nicht. Oh, es wird nebelig. Und wir müssen natürlich auch mit der Zeit dann auf Jagd gehen. Das heißt, wir müssen dann selbweise jagen. Oh. Aus dem Grund liegt das Kaninchen hier. Wahrscheinlich irgendwie despawned oder von Himmel runtergefallen. Hatten wir auch schon mal, dass so ein Mammut plötzlich von oben runtergeflogen ist. Und keiner wusste genau warum. Irgendwo müsste der Wolf hier gleich auftauchen. Da oben steht er. Komm schon. Komm schon. Na los. So, dann nehmen wir direkt mit. Stimmt, wir haben ja noch leichte Rüstung an, ne? Wir haben ja noch gar keine schwere. Und die kommt ja gleich erst. Hier ist die Luft kühl und jetzt nur, was kalt ist. Also alles, was kalt ist, das verringert unser Leben. Und das ist natürlich so ein bisschen problematisch. Ich hab mich getroffen, doch etwas zu hoch. Wie doof musst du sein, dass du auf jemanden zuläufst, der einen Bogen in der Hand hat. Nein, ich hab keine Pfeile mehr. Ich loot mal eben kurz Pfeile. Jetzt hab ich keine Pfeile ausgerüstet. Weiß nicht, ich hab gerade welche geholt. Aber jetzt hab ich keine Pfeile ausgerüstet. Das ist die Stimme von Lydia. Oh, hat sehr viel synchronisiert, glaub ich. Synchronsprecherin damals. So, was haben wir hier? Wir haben einfach eine Elfung, die sich einfach da hinlegt, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die uns damit was sagen will. Aber gute Frau, danke. Aber wir haben kein Interesse. Das ist mit der Kälte. Stimmt, da wollte ich ja noch was zu sagen. Wir müssen halt immer regelmäßig essen, damit wir unsere Ausdauer erhöhen. Wir müssen regelmäßig schlafen, damit wir unsere Magika immer erhöhen. Und wir müssen halt regelmäßig Wärme haben. Das heißt, wir brauchen sowas wie Suppe und sowas. Oder Fackeln. Um uns halt regelmäßig am Leben zu erhalten. Beziehungsweise, um unser Leben dementsprechend zu erhöhen. Pilzrüstung. Pilzschuhe. Guck mal, es gibt einen Wärmepunkt. Und ich müsste jetzt rein theoretisch gesehen, die Rüstung so planen. Weil die Sachen so planen, dass ich dachte, ich sollte aufhören, so auf das Speichern fällt mir mal ein. Ich müsste das Ganze so planen, dass ich, je nachdem, wo ich gerade hingehe, dann sagen kann, da gehe ich jetzt ins Kalte. Ich habe nicht genug Magika, was? Komm mit, eine gute Frau. Ja, und das, wenn ich jetzt ins Kaltegebiet gehe, Richtung Windhelm zum Beispiel, dass ich dort mit einer Rüstung hingehe, wo ich halt den recht hohen Wärmewert habe, dass ich viel Suppe habe. Alles so Sachen, wo ich mich mit aufwärmen kann. Weil das sind so Sachen, die brauchen wir dann. Naja, ich warne dich gleich. Pass mal auf, Kollege, wo bist du? Komm mal da runter. Komm mal da runter. Hallo. Ach, hier, du gehst mir auf den Sack. Also, ihr müsst jetzt uns eigentlich hinterherrennen. Aber ich glaube, die Trulla ist schon wieder tot, ne? Ne, die Trulla lebt noch. Oh, schlag ihn, schlag ihn! Gib ihm! Nein! Okay, er kommt gar nicht runter, doch, der sagt... Du erzählst hier mal gar nichts, Junge. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Ähm, was ist mit unserer Kraft? Die können wir nur einmal am Tag benutzen, ne? Magie, wo sind meine Tränke? Äh, nein, Objekte. Euer Kopf wird meine Wand zieren! Ähm, das war jetzt aber relativ einfach. Bissungswert ist höher. Wir nehmen mal die... Okay, jetzt tage ich zu viel. Hm, jetzt tagen wir zu viel. Hier, lass mich gucken. Eisenstiefel ist der Rüstungswert höher. Folterkapuze will ich behalten. Kaiserliche Rüstung könnten wir eigentlich hier lassen. Und auch die können wir hier lassen. Und das Schild... Wo ist es? Können wir auch hier lassen. Ach, ich muss dann da ganz oben. Er hat ja oben noch die Truhe. Er hat oben noch die Truhe. Haben wir da eine Fackel drin? Da können wir uns zum Beispiel auch darüber aufbären. Amethyst und Gold. Verdammt. Das ist jetzt nicht ganz so berauschend. Karotten nehmen wir mit. Dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Ich mache mal hier ein Quick Save. Jetzt muss ich natürlich mein Schild wieder auch rindpacken. Jetzt muss ich ja mal gucken. Hat er beides ausgerüstet? Okay, hat er. Jetzt müssen wir relativ schnell Richtung Usturzügelgrab, weil sonst haben wir nicht mehr viel Leben. Und Schneegebiete sind es gar im Echt der Horror. In dem Moment... So, wo war ich denn meinen Bogen? Meinen Bogen habe ich auf drei. Nein. Dann war der auf sieben. Ich habe eine Angel gezogen. Nein, ich wollte es mal im Bogen. Den habe ich gar nicht favorisiert. Dann machen wir den mal auf vier. Und man kann übrigens auch durch die Kälte sterben. Da komme ich nicht hoch. Verdammt. Und wir können übrigens unsere Skillpunkte erst dann verteilen, wenn wir schlafen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und umso kälter uns wird, umso langsamer werden wir auch mit der Zeit. Das heißt, es ist quasi nochmal eine Herausforderung. Und das Schleichen funktioniert dann glaube ich auch nicht mehr ganz so gut. Kasse-Typ mit Zwei-Händ-Waffen. Also mit so einem Zwei-Händer. Die machen für mich auch ordentlich Damage. Und der bleibt einfach stehen und wartet darauf, dass ich ihn töte. Das passt uns gerade relativ gut. Nein. Weil der dürfte dann unseren Typen hier gleich töten. Neben haben wir noch genug. Beschwerung verbessert. Das war jetzt aber sehr knapp. So, Jagdbogen nehmen wir mit. Fellrüstung. Ist hier wohl noch einer? Sonst würde er da nicht so durch die Gegend laufen. Also die Gegner hier sind natürlich jetzt noch relativ einfach. Und der müsste gleich einfach verpuffen, genau. Das stimmt, den haben wir noch gar nicht gelootet. Das trage ich schon wieder zu viel. Ich bin genau bei 150, aber ich trage zu viel. Aber hey, wir sind immerhin satt. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben schon wieder keine Ausdauer mehr. Vielleicht zwei haben wir einen richtigen Safe-Punkt. Mir fällt gerade ein, ich muss einfach den Bogen wechseln. Den und den am Entfernen. Den machen wir auf zwei. Der bleibt auf drei. Den machen wir auf vier. Den machen wir auf fünf. Und durch die Kälte wird uns auch unsere Sicht ein wenig beeinträchtigt. Verdammt, ich habe sie nicht getroffen. Und die liegt auch schon wieder so komisch. Ja, ich kann da nichts für. Ich finde es nur sehr interessant, wie die sich immer dann hinlegen. Feldarmschieb. Das ist nochmal auf jeden Fall Wärme. Die brauchen wir jetzt derzeit auch. Die wollen, dass die halt überleben können, ohne irgendeine Rüstung. Also man sieht, dass dieser Survival-Modus eigentlich nur auf den Spieler gerichtet ist. Nicht auf die KI. Dementsprechend müsste sie sich ja auch kleiden. Aber wie gesagt, der Nord kann natürlich sein, dass der einen Vorteil hat bei Kälte. Und dass dem nicht ganz so kalt wird. Nicht so schnell kalt wird. Weil er da halt Kälteresistenz hat. Das ist natürlich auch möglich. Jetzt warten wir mal kurz am Feuer stehen. Dann wehren wir uns mal eben auf. Dann wehren wir uns mal im Tier auf. Hier fix. Und wie ihr seht. Jetzt seht ihr es natürlich nicht. Aber gleich geht der Balken immer so ein bisschen höher. Deswegen Lagerfeuer ist auch sehr wichtig. Wir haben auch die Möglichkeit, glaube ich, nachher selber ein Lager aufzuschlagen. Und solche Sachen. Das ist dann gar nicht so schlecht, weil man sich dann gerade in Farben oder in kalten Gebieten sich aufwärmen kann. Und so. Jetzt sind wir komplett gemütlich und ausgeruht. Wir schlafen mal für drei Stunden. Mach so ein kleines Nickerchen. Und jetzt, wenn wir eine Stunde schlafen, können wir dann direkt die Talente verteilen. Wir haben Zerstörung übrigens direkt auf 20. Oh, wie ihr seht, die haben direkt zwei Level bekommen. Du hast eine Hälfte der Magiker. Du kriegst auch einen Schaden. Die Hälfte. Okay, da gibt es nochmal Hälfte. Beschwerende Waffen. Wir gehen sinnvoll auf das Ziel. Unterbretter Beschwerer. Beschwerer. Besitzen längerer Lebensdauer. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, in welche Richtung wir gehen werden. Das Problem ist natürlich, man hat so viele Möglichkeiten einfach. Verzauberung würde ich jetzt erstmal weglassen. Eigentlich könnten wir erstmal so Rüstung machen. Zwei Waffen nutzen wir nicht, deswegen ist das erstmal uninteressant. Einhändig machen wir auf jeden Fall. Schießkunst wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, die wir investieren. Schleichen auch vielleicht im Laufe des Spiels. Weil ich würde sagen, das überlassen wir dann erstmal so. Und sonst haben wir keine interessanten Sachen dabei. Speichern brauche ich jetzt nicht. Ich habe ja gerade gespeichert. Und man kann die Rucksäcke übrigens auch finden. Man muss sie nicht unbedingt kaufen. Man kann diese eigentlich auch finden. Einen Skewerschwanz müssen wir mal probieren. Das hört sich so doof an. Was hast du noch gegessen? Ja, Skewerschwänze. Bitte was? Das ist so doof. Wo ist es denn jetzt? Vollschädel brauche ich zum Beispiel auch nicht. Leere Weinflasche brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Die hätte ich alle verkaufen können. Brauchst du noch Regeneration senken? Ah ja. Ich muss natürlich so viel wie möglich mitnehmen, damit wir auch da natürlich Tränke rausmachen können. Damit wir Gifte rausmachen können. So in die Richtung. Ich weiß natürlich nicht, ob man da in der Richtung Alchemie. Leintuch nehme ich jetzt mal nicht mit. Ah, wir können mal kurz gucken in den Fähigkeiten. Äh, Sekunde. Alchemie. Aber Tränke und Gifte sind wirkungsvoller. Ähm. Sind wirkungsvoller Giftmischer. Gifte sind wirkungsvoller. Alten doppelt so viel Treffer lang, grüner Daumen. Du sammelst es zwei Zutaten von jeder Pflanze. Das ist natürlich sehr interessant. 50% Widerstand gegen Gifte. Alten negativen Wirkungen selbsthergestellten Tränke und positiven Wirkungen selbsthergestellte Gifte werden entfernt. Ah ja. Äh. Na, ne. Und eine Zutat ist, erfährst du die ersten beiden Wirkungen. Also, äh, ne. Auch nicht schlecht. Ist aber sehr weit weg, muss ich dazu sagen. Redekunst. Boah, das ist natürlich, ja. Man hat so viele Fähigkeitspunkte, aber man hat, glaube ich, gar nicht so viele Level im Spiel. Was war das? Das war ich. Hier. Ja, ich mach dir ein bisschen Feuer unterm Hintern. Aber es ist gerade, war noch etwas zu leicht. Ich müsste es auch immer eine Stufe herstellen. Naja, wir lassen es jetzt erstmal so. Wir skillen uns so was rein. Ah, wir haben eine Fackel bekommen. Sehr schön. Ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob ich eine Schwierigkeit gerade für jetzt aktuell spielen. Experte. Also einen über... Also quasi schwer. Das kommt mit der Zeit übrigens noch, wenn sobald die ersten härteren Gegner der Truppen kommen. Und dann wird das auch schwieriger. So, wir brauchen Schlange, Schlange, Wahl. Schlange, Schlange und dann... Ähm, den Wahl. So, und jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Lugo macht übrigens sehr lange Wäsche, wollte ich mal gesagt haben. Oder ist er schon wieder da und ich habe es nicht mitbekommen. So, wir können mal gucken, wir stellen das mal auf Meister. Gucken wir irgendwie gut, wie gut wir auf Meister durchkommen. Ja, wir speichern das einmal. Wir wollen es ja auch nicht zu einfach haben, ne. Soll schon ein bisschen... ...erausfordernd sein. Aber es gibt Leute wie das Gehverschwänze. Wo ist mal eine Beschwerung eigentlich? Ja, welcher Tast oder 6? Ich denke, das werden wir auch beibehalten mit der Beschwerung. Weil damit kann man nämlich noch so ein bisschen skillen und wir können natürlich auch zum Beispiel... ...mit der Heide noch mal ein bisschen skillen. Warum wir nicht? Ähm... Schwache Gift der Lemo. Also selbst wenn wir hier schleichen würden, er würde uns hören. Das ist halt so gescriptet, dass du sobald der Spieler einen gewissen Punkt erwischt... ...heh nicht noch eine Schatztruhe? Auch Fuf war das. Da ist sie doch. Sobald der Spieler einen gewissen Punkt erreicht, wird das automatisch getriggert, das Event. Er hat hier nichts liegen. Ich nehme mal ein Schild wieder. Ne, warte mal. Hm. Nee, gerade hat die hier ein Leichen liegen. Ein Leichen liegen, ne? Noch Magiker, okay. Helft mir, es loszuwerden! Helft mir! Der, der mit der Spinne tanzt. Jetzt, wenn ich zum Kino. Töte das! Töte das! Und die hält gerade sehr viel auf. Helft mir, es loszuwerden! Helft mir! Jetzt hügt der Bart gerade. Unfair. Unfair! Er ist spinnrig. Das ist sehr unfair. Was ich jetzt natürlich mache, ist jetzt auch nicht so das feine Englische, weil ich habe auch immer keine Pfeile mehr. Aber ich habe gerade keine andere Möglichkeit. Wenn die uns erwischt, wird die uns töten. Alter! Na, klar. Ah! Töte das! Töte das! Ha, 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 ha. Das hat aber ganz schön viel abgezogen, das doofe Geht. Helft mir, es loszuwerden! Helft mir! Ah, Pussy, 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 komm. Ah, töte das! Töte das! Töte das! Töte das! Weißt du, was ich mit dir mache, wenn ich dich getötet habe? Ja, der mit der Spinne tanzt. Jetzt nehmen wir ihren Kilo. Komm her. Ich war so ein bisschen mit Dots. Vorsichtig. Ich habe keinen Meiner mehr. Vateramt. Bei ihm selber heilen. Sagst du die Zähne heute? Die Zapp hat schon, sie wartet auf uns. Bewege dich mal da weg. Ach komm, weißt du, was noch ist noch fun? Alter! Nein, sie ist weg! Nein, sie ist runtergefallen! Das habe ich auch noch nicht erlebt. Und wo ist das da unten? Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Dann wissen wir wenigstens, wo das ist. BB Togun. Wusstest du, dass der mit der Spinne zackt? Sonst, wenn nichts im Kino kommt. Haben wir hier was zu loben? Also genau, wir müssen uns erst mal heilen. Noch nichts. Das ist gerade aufgenommen worden. Ich habe nämlich das gestern bei dir gesehen und habe mir gedacht, ja, man kann auch die Spinne so ein bisschen anders besiegen. Also man muss natürlich schon alle Möglichkeiten nutzen, die man bekommt. Hilfe! 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 Ah, geh mir nicht auf den Sack da drüben. Lass mich erst mal hier looten. Looten und leveln, das muss drin sein in Skyrim. Holt mich hier raus. Kein Mana mehr. Ja, lauf du ruhig mal vor, ist nicht schlimm. Aber ich speichere mal eben. Also ich fand die eine Mod, die ich da mal zum Beispiel drin hatte, auch nicht schlecht. Ob du hier massenweise Gegner noch hattest. Eigentlich könnte ich mit dir sowas Ekliges anstellen und ich glaube, das mache ich gleich auch. So warten, bis ich wieder Mana habe. Ich trage, glaube ich, zu viel. Kann das sein? Objekte, ja. Ähm, 156 sind wir gerade. Okay. Dann lassen wir die Arms schicken hier. Was haben wir denn an Waffen gerade? Die Axt ist leider nur mal besser. Ich habe zwei Jagdbögen dabei. Muss ein bisschen Inventar entleeren. Essen können wir auch mal ein bisschen was. Nee. Nehmen wir uns noch mal Kartoffelsuppe. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn wir was hätten, wo wir zum Beispiel Mana nochmal dazu bekommen. Müssten nämlich jetzt, glaube ich, gleich jetzt die ersten Drauge kommen. Das jetzt auf 6. Du dienst mir jetzt, mein Freund. Steh auf und folge mir. Und leider hält das nicht so lange mit den Typen. Ich glaube, der steht hier nicht auf, hier vorne, ne? Ich glaube, der nicht. Alter, wir haben ja nichts an Damage gemacht. Ähm, wo ist der Typ? Malte deines Amtes. Fünf Gold auf den Rechten hier. Wir haben ihn einfach verarscht. Hast du das gesehen? Wir haben ihn einfach verarscht. Wer den einfachen Kreis rumgelaufen ist und dann weitergegangen ist. Nein, der steht nicht auf. Verdammt, ich habe gerade fünf Gold verloren. Ach, verdammt, das ist ein zweiter. Ja, na, na, falsche, 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 falsche. Na, willst du wohl das Schild an? Ja, boop, 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 boop. Ja. Dann brenne ich dich halt. So, die haben nämlich auch mal so schöne Schwerter. Deswegen werde ich jetzt die Axt gegen das Schwert austauschen. Ich mag diese alten Waffen einfach. Ähm, da weiß ich zum Beispiel, dass da das Gift zum Beispiel nichts bringt. Pennerbonds mal eben, nein, nein, falsche Taste. Mal eben teilen. Äh, Eisen-Schild, also Nord-Axt. Ja, das behalten wir jetzt. Aber ich würde jetzt auch noch nichts speichern. Das machen wir später. Man kann, also ich habe es auch mal probiert in einem Save-Game. Dein Scheiß, ernst jetzt? Ja, komm, 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 komm. War das nicht schön? Genau das wollte ich eigentlich gemacht haben. Ähm, man kann, ähm, auch durch so eine Höhle durchschleichen, wenn man recht hohe Schleicheskill hat. Und, ähm, mein Charakter von Beginn anspielt, der recht hohe Schleichwert hat. Das heißt, zum Beispiel, Katschi, die dunklen Elfen. Ähm, solche Sachen halt. Die kann man dann dementsprechend auch nehmen. Ähm, lass euch mal kurz gucken. Ich wollte mal eben in die Magika. Äh, wo war es denn jetzt? Beschwörung, Zerstörung? Es ist Zerstörung, ne? So, wo habe ich dich denn? Kann ich dich wieder bewegen? Aber ich habe jetzt so dumme Gefühl, wenn ich den jetzt wiederhole, wenn er es da durchläuft, ist der wieder tot. Jetzt helfe ich aber mal eben. Ich weiß nicht, ob ich gerade gespeicherte. Weil, ich glaube, der hier müsste einer der sein, der hier Magika benutzt, ne? Guck mal, er zeigt uns sogar Zähne heute. Ist der nicht nett? Ähm, Kräfte? Nein. Heilung? Nein. Beschwörung? Nein. Okay, das hat aber nicht lange angehalten. Bitch, feind! Los, gib ihm! Hör auf zu schummeln hier. Boah, das sagt ganz schön weh. Alter, der hat den zerlegt. What the fuck? Seid ernsthaft, du bist mir hinterhergelaufen? Boah, ich kann mich heilen. Das kannst du nicht. Jetzt fängt er hier mit Eis zu haben. Hör auf zu schummeln. Das ist unfair. Das ist unfair. Ähm, Magika wieder herstellen. Heilung. Ich habe keinen Ausdauertrank mehr, ne? Und das alte Nordschwert. So, den lassen wir mal da liegen. Heilen wir uns mal eben wieder. Aber schön zu wissen, dass man die alten Drauge auch wieder beleben kann. Da müsste, glaube ich, noch einer gewinnen. Nein, ich glaube, das war sogar der hier, ne? Und dann müsste ich eigentlich ein paar mehr triggern. Nein, das war sechs. Ich habe noch nicht genug Magika. Okay, die haben sich gerade selber getötet. Die haben sich gerade selber getötet. Guck mal, die Axt, die wäre sogar ein Punkt stärker. Wie viel habe ich denn jetzt zu tragen? Lass mich mal gut schauen. Ich bin wieder fast bei 150. Ich mag das schwer, die halt optisch irgendwie lieber, ne? Ist egal. Wir nehmen das, was besser ist. Obwohl das, glaube ich, am Anfang relativ egal ist. Jetzt will ich mal kurz was probieren. Ich speichere mal eben. Ich will mal kurz was ausprobieren. Äh, jetzt sind wir mal voller Gesundheit. Nein, falsche Taste. Sag mal, geht es dir noch gut? Kommst du mir da auf einmal her? Mordbogen, wir haben einen neuen Bogen. Sehr schön. Ich wollte gerade eigentlich Folgendes probieren, ob uns die Falle auch in Essen töten kann. Oh, da kommt er um. Er sagt, ne, ist nicht. Also, irgendwie war das jetzt nicht so geplant. Wo ist denn jetzt der Bogen? Der müsste, glaube ich, irgendwo ziemlich weit hinten sein. Oder ganz oben. Da habe ich den gar nicht zu den Favoriten hinzugefügt. Jetzt habe ich den zu den Favoriten hinzugefügt, oder? Ja. Okay, dann machen wir es nochmal. Also, ich speichere jetzt nochmal, weil ich gucken will, ob ich die Falle töten kann direkt. Ja. Sie killt uns instant. Schönes Bild. Skyrim. Also, liebe Kinder, wirst du Bescheid nicht auf die Falle treten. Die macht gut Aua. Die macht gut Aua. Ähm, haben wir hier noch mehr Sachen, die wir looten können? Aber das müssten, glaube ich, jetzt auch alle Gegner gewesen sein. Und da haben wir doch noch einen. Nein, das ist einer, der so rumliegt. Die Waffe mal drunter. Das Gold nehmen wir mit. Wir brauchen auf jeden Fall einen Rucksack, was unsere Ausdauer erhöht. Verdammt. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Begleiter. Lass doch nicht auf die Lydia direkt mitnehmen. Wie gesagt, Talentpunkte geht erst, wenn wir schlafen. Oh, warte mal. Wir wollen ja nicht, dass uns dann da folgt. Na komm, na komm, na komm. Alter, tat das weh. Dick. Alter, noch zwei. Also, ich habe auch schon mit zwei Waffe gespielt, aber das war nicht ganz so schön. Na komm, triggern wir dich mal. Ich wollte gerade sagen, dein Ernst ist, du gehst nicht dabei kaputt. wirst du nicht gleich auch noch einer kommen? Den nächsten Punkt setzen wir mal da rein, dass das weniger, oh, da sind gleich sogar zwei, ähm, weniger Magiker kostet. Warum hat der seine Waffe nicht in der Hand? Ich bin dann mal weg. Er kämpft weiter, ich glaube, zwei gegen einen könnten ein bisschen unfair sein, ne? What the fuck? Alter, chill mal deine Bates, Junge. Burn, baby, burn. Fuck, ich habe kein Mana mehr. Nein, fuck. Äh, Meister. Ich habe mich selber getötet. Scheiße. Das war jetzt nicht gewollt. Äh, ich spiele auf Meister-Toro. Äh, ich habe, vor dem Reingehen, habe ich, ähm, also ich habe, wo ich drinne war, habe ich das umgestellt auf Meister, äh, weil ich gemerkt habe, dass auf Experte ist das, glaube ich, es doch etwas zu einfach war. Deswegen habe ich es umgestellt direkt auf Meister. Ich meine, du hast allein schon durch den Survival-Modus hast du schon eine permanente Herausforderung, aber mit Meister ist das noch schlimmer. ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich verarscht. Wo sind die, die gleich nur nicht mal einer brauche? Kommt ihr? Ja, wie ist das heute nochmal? Okay, ist gegangen. Hoffen wir die triggern nochmal können. Sie läuft jetzt mitten durch die Mitte. Warum wusste ich das, was passiert? In die Falle jetzt wieder aktiviert. Na komm, na komm, na komm, na komm. Das hat funktioniert. Ich speichere jetzt aber nochmal dann, äh, eben kurz. Ich hätte nicht natürlich jetzt alles jedes Mal neu spielen müssen. Können wir mal versuchen, die anderen beiden gleich hier in die Falle zu loggen. Junge. Chill. Natürlich doof, dass die ihre Waffen dann nicht aufnehmen. Guck mal, er, er kommt schon. Er haut aber auch ordentlich zu, ne? Also, holler die Waldfee. Ähm. Das gab jetzt nicht ganz so viel Gesundheit. Also, wir müssen das doch über Tränke machen. Äh, Zaubertränke. Okay, wir haben nochmal Magikern. Wir haben uns auch gerade keine schwere Rüstung an. Ne, er hat seine, er hat seine Rüstung gerade. Okay, wir salven nochmal eben. Er hat seine Waffe. Gerade war das jetzt einer von den beiden aus dem Doppelpack? war das jetzt keiner von denen. Okay, anscheinend war das keiner von den beiden. Fickern wir in dem mal eben. Los, Bob, komm, hier, kipp ihm. Jetzt geht er gleich kaputt, pass auf. Los, eins gegen eins, wer ist besser? Ähm, ciao. Ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen. Nötig gegen den anderen kämpfen. Ich glaube, der andere ist tot. Äh, nein, sechs war das. Bisschen Beschwörung nebenbei noch skillen, weil das werden wir, glaube ich, mitnehmen in unseren Fähigkeiten bauen. Ich glaube, so viele Begleiter kriegen wir gar nicht in dem Spiel. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man mal jemanden hat, der einen beschützt. Nicht wahr? Deswegen werden wir gleich ein paar Punkte in die Magica noch investieren. wir werden da, glaube ich, so ein bisschen durcheinander skillen. Wir müssen hier erst mal den Durchblick gerade bekommen. Steck mal, siehst du, der ist gerade kaputt gegangen. Deswegen, das dauert dann hier noch so ein bisschen. machen wir auf da. Da sind wir gleich schon durch, ne? Können wir auch direkt probieren. Wo ist meine Zutatenliste? Äh, wo ist es? It's Resistance. Ah, ja. Können wir zum Beispiel Eisen abhacken. Was uns jetzt nichts bringt, weil wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Ich habe zu viel Zeug mit dabei. Rolle des Feuerballs, dank der kleinen Heilung. Also, Heiltränke brauchen wir auf jeden Fall. Da gehe ich jetzt nicht runter. Da habe ich meinen Boden. Er läuft jetzt weg, aber er kommt aber gleich wieder. Da kommt. Pupp, 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 pupp. Und alles, was wir verbessern, ist dann normal Richtung Level Up im Endeffekt. Da, wo bleibst du? Kommt nicht. Pass auf, gleich, wenn ich wieder oben bin, dann steht er hinter uns. Kommen wir hier. Gold. Ah, das muss ich aufmachen. Ich wollte gerade sagen, wann bricht denn der Dietrich eigentlich mal ab? Ähm, so rum? Ja. Ich habe wieder zu viel. Eigentlich müsste ich hier drin eigentlich die Rüstung ändern, fällt mir gerade ein. Warum tue ich das eigentlich nicht? Spitzhacke könnte ich eigentlich auch hier lassen. Äh, Schriftrollen, Feuerbolz, die nehmen wir gleich. Der Karpfen, der sieht echt cool aus. Finten toll. Also Schlüssel. Kackele haben wir zum Beispiel auch gerade, goldene Klaue. Wolfspilz. Ähm. Die Pfeile behalte ich mal. Ich lasse mal die Hacke hier. Und ich müsste eigentlich mal meine Ausrüstung ändern. Weil ich ja hier drin eigentlich mehr auf die Rüstung gehen muss und nicht auf die, auf die Wärme. Ja, hast du mich gefunden? Du alter Dreck. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Kennst du schon Skewi? Skewi, Attacke. Los jetzt. Los, Skewi, gib sie. Los. Deckelattacke. Nochmal. Sehr schön, Skewi. Hast du fein gemacht. Ja, wir sind feiner, Skewer. Oh, alter Nordstreitkholm. Den kenne ich aber so auch nicht. Den werden wir uns jetzt erstmal als Waffe nehmen. Weil der macht ja nämlich jetzt jetzt einen Schaden. Deswegen nehmen wir den einmal und den lassen wir dann weg. Ähm. So. Dann können wir nochmal einen Quicksafe machen. Ist aber auch sehr groß, ne? Also der sieht auch sehr interessant aus. Wir werden gleich mal, sobald wir dann wieder einen Flusswalz, ja genau, Flusswald war das. Ähm. Ein Flusswald sind, wir haben uns erstmal nachdenkt. Mach's gut, Skewi. War schön mit dir. Ich werde deinen Schwanz mitnehmen oder ne, noch ein Ball. Das ist so bescheuert einfach. Ähm. Oh, warte mal. Können wir dich triggern? Ey, ich hab den Bruder getroffen. Er sah so scheiße aus wie du. Oh, oh. Ich glaub, den Bruder Witze fand er nicht ganz so witzig. Bei dem, äh, deine Mutter Witzen, äh, bin ich mir nicht so sicher, wie die Trauge da drauf reagieren. Los Trauge! Du bist dran! Okay, er kommt nicht mit. Verdammt noch mal, das gibt's doch gar nicht. Also, ich beschwör den hier umsonst, oder was? Ah, da ist er ja. Oh, ho, ho, Kollege! Alter! Der hat aber ganz schön den Fumsen in der Flöte. Hu, 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 hu! Ja, da kommst du nämlich nicht dran, ne? Hab ich die Axt weggeschmissen, ne? Ich bin auch doof. Nein! Ach, guck mal, da liegen wir in der Ecke und schlafen eine Runde. Der haut ganz schön raus. Also ich glaube, der Streitkorb ist ein bisschen zu langsam. Machen wir das anders. Ach, Gaby, du bist wieder da. Du cooler Hund. Oh, ähm. Ich glaube, wir bleiben bei der Axt. Der Streitkorb, der ist etwas zu langsam. Ähm, so, holen wir den da rein. Aber eigentlich könnte ich das anders machen. Ich kann leider immer nur einen beschwören. So, jetzt safe ich nochmal, damit ich mich gleich nochmal die Waffe tauschen muss. Und trigger ihn direkt mit Fall und Bogen. Weil der hat doch ganz schön Wumms in den Hintern. Meine Güte, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so gut Schaden macht. Wie wenig wir gerade an Damage machen, trotz einmal Fallskill. Ich bin schweizt. Ich bin schweizt. Ist es nicht mal, dass die Drauge Schwäche gegen Feuer haben? Er hat uns mit einem Schlag übrigens das abgezogen, was wir jetzt da gerade sehen. Mit einem Schlag. Er hat uns wieder gekillt. Bäm! Verdammt, was mache ich jetzt? Ähm. Überlege ich gerade. Gehe ich jetzt einmal komplett zurück und lege ich mich mal im Schlafen? Ja komm, wir machen das mal eben. Jetzt habe ich dich ja direkt mitgenommen, ne? Aber du bringst mir halt gegen den auch nichts. Ist das Problem, er bringt mir gerade gegen den auch nichts. Ich muss den irgendwie kaputt kriegen. Vielleicht muss ich mit den tanzen. Beziehen dir mal gar nicht an Damage. Aber guck mal, wie viel Leben der hat. Und der geht halt nicht kaputt. Alter! Junge! Scheiß die Wand dran! Ich kriege den Traugentyp nicht kaputt. Er töttet mich gleich schon wieder. Er ist aber, er ist aber richtig übel hier. Na, welche Taste ist das jetzt? Wo ist die Heilungstaste? Na, wo ist meine Heilungstaste? Oh, die habe ich gar nicht belegt. Die haben wir gar nicht belegt. Das ist natürlich doof. Wir können uns auch mal eben kurz Kleidung Mal eben die Robe anlegen, damit sich Magika schneller regeneriert. Vielleicht können wir ihn auch mit der Robe killen. Weil wir schnellere Magika-Regenerationen haben. Was uns allerdings jetzt nichts bringt. Weil jetzt muss ich komplett zurücklaufen, damit ich den töten kann. Das gibt es doch gar nicht. Damit ich einmal meine Punkte verteilen kann, weil ich den sonst nicht kaputt kriege. Er ist echt stark. Der hält uns gerade echt davon ab, Richtung Ender zu gehen. Ich weiß nicht, Doku, hattest du gestern auch so viele Probleme bei denen? Oh, aber das habe ich nämlich nicht mehr gekriegt, ne? Nope, sagt er gerade. Ja, hast du den denn gekillt? Ich muss jetzt einmal zu folgen. Wir haben die Spinne übrigens nicht gefunden, ne? Backpaddeln und Doppelburner. Okay, aber ich glaube, du hast auch eine komplett andere Rüstung an, ne? Classic Mage Move. Post Nova und dann weglaufen. Muss ich einmal komplett zum Hügel wieder laufen. Um denen dann eben die Talentpunkte zu verteilen. Ja, das ist die Magierrube, glaube ich, nehme mich an. Ich bin eigentlich relativ gut durchgekommen. Bis auf jetzt gegen den. Sonst lief das eigentlich relativ gut. Also, das ist jetzt der erste Gegner, den ich jetzt hier wirklich Probleme habe. So, wir haben eine Stunde schlafen. Wie viele Punkte haben wir denn? Wir gehen nochmal in Gesundheit. Und einsetzen wir eben Magikar. Oh, wir sind über 5. Okay, dann setzen wir noch einen in Ausdauer. Wir verteilen das so ein bisschen. Ähm, Beschwerungszauber ist das. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, dann haben wir noch zwei Punkte. Zerstörung würde ich jetzt nicht unbedingt, weil Zerstörung will ich eigentlich nicht nutzen. Äh, schwere Rüstung könnten wir zum Beispiel. Einen Punkt reinpacken. Blocken, haben wir einen Blocken drin? Ich glaube, nein. Haben wir in einem Handy schon mal einen Punkt drin? Ja, aber ich würde sagen, kommen wir in den Blocken auch mal mit. So, dann probieren wir es nochmal. Ich würde sagen, in die andere Richtung. Wenn wir das Stutzzykelgrab gemacht haben, dann würde ich nämlich einmal sagen, mach mal eine kurze Pause, damit ich eben meinen Tee holen kann. Irgendwann so der Frau mal eben eine Tasse holen kann. und mir mal irgendwie fix was zu essen machen kann. Dann machen wir danach nämlich weiter. Weil, wir treffen uns am Viertel vor sieben eher im Discord, ne Tugo? Das ist ja geblieben. Oder irgendwie Planänderung? Nein, ne? Alles geblieben, ne? Dann kannst du das Ding aber auch nicht aufmachen, ne? Komme ich gar nicht dran. Ja, dann ist das Viertel vor sieben ganz normal. Dann gleich im Discord. Dann gibt es wieder Zombieschlachten. Oder wir verkacken heute, so wie wir gerade hier in Skyrim. Obwohl ich euch sagen muss, Meister ist schon sehr hart, ne? Das ist schon echt einunterlegendär. Das ist schon echt übel. Na ja, scheiß ernst. Für Wiederherstellung sollte ich, glaube ich, auch skillen, dass das weniger Magica kostet. Weil das könnten wir, glaube ich, auch über die Zeit gebrauchen. Aber eine Tasse hast du dir nicht mitgenommen, ne? Du musst dir was zu essen, aber eine Tasse bringst du dir nicht mit viel Tee. So, Versuch Nummer Uno. Und dann machen wir mal hier einen auf Zubu-Play. Das heißt, wir werden einmal... Bekleidung. Wo ist sie? Okay, ich speichere jetzt nur mal einen richtigen Safe. So, und dann gucken wir mal... Von Not muss ich halt weglaufen. So, und versuche nur mal. Ich habe keine Ahnung. Mal selbst mit Doppelburner. Wie wenig Damage wir den, äh, gemacht haben. Bei Magica regeneriert sich ja schneller. Wow, jetzt hänge ich gerade fest. Das ist gerade ziemlich schwierig. Weil du nicht immer siehst, wo gerade der Weg ist. Wo ist er jetzt? Ja, komm schon, Junge. Das war jetzt unfair, ne? Das ist der Bube. Ja, so kann man das Ganze machen. Wir wechseln mal irgendwann die Ausrüstung. Aber so kann man das zum Beispiel auch machen. Ach ja, Safe nicht vergessen. Ich war so ein Botfight, der uns ja doch so ein bisschen, ähm, genervt hat. Das war jetzt einfach. Also der hat uns ja einmal getroffen, der hat uns nicht ganz so viel abgezogen. Aber ich glaube, wenn man mehr Punkte in die Rüstungen und ins Blocken reinpackt, ähm, wo du ein bisschen weniger Damage bekommst, kann das gut sein, dass du dadurch ein bisschen länger überleben kannst. Ähm, nein, in den Bogen wollte ich. Irgendwo müsste doch hier gleich einer rauskommen. Autsch! Den brauche ich nämlich jetzt. Er wird uns jetzt hier nämlich einmal unterstützen. Also in Magikar müssen wir gleich auch Punkte investieren. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier nur Bogenschützen sind. Das dürften, glaube ich, ein paar mehr sein. Ich habe wieder ein Typ mit 2 in Waffe. Na, komm. Er ist relativ schnell weg. Ich glaube, mein Typ, der hat keinen Bock und der dritt sich im Kreis. Oder ist der... Ach, der steht noch da! Junge! Rann an die Bolette! Der wartet auf dich! Ob man den Drachen auch wiederbeleben kann? Läuft! Das mit dem Wiederbeleben ist gar nicht so schlecht. Das könnte, wenn du nachher sogar 2 beschweren kannst, ein richtiger Vorteil werden. Er ist auch schon wieder weg. Ich glaube, jetzt kam aber allerdings auch keine mehr, ne? Ich denke auch. Also ich weiß, dass man die Spinne wiederbeleben kann, gegen die man ja kämpft. Mal kurz vielleicht gucken, welche Waffen habe ich jetzt hier? Mal einen wieder Schwert und Schild nehmen. Ich weiß, dass du gegen die Spinne kämpfen kannst, dass du die Spinne wiederbeleben kannst. So rum. Aber ein Drache, denke ich mal, ist halt zu mächtig. Weil das wäre zu overpowered, wenn du plötzlich da so einen Drachen wiederbeleben kannst und mit dem da mal eben... Ja, hi, Weißlauf! Ich bin da mal, ne? Ich regle hier mal, ne? Ich habe hier so einen Drachen mitgebracht, der, ja... Und ihr müsst jetzt auf mich hören, sonst liegt alles schon in Asche. Und zwar kurz später ist der Drache dann wieder weg. Es soll ja auch legendäre Drachen geben. Ich habe die aber nie gesehen in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das nur ein Gerücht ist. Es gibt ja auch einen Erfolg dafür. Also ich habe die nie wirklich gesehen. Aber man soll ja nachher auch auf den Drachen fliegen können. Das ist zum Beispiel auch, was ich nie gesehen habe. Jetzt kommt der Oberfeil. Ich speichere nochmal eben den richtigen Save-Game machen. Hier müsste auch irgendwo noch eine Schatztruppe gegeben haben. Nämlich eine separate. Aber ich glaube, die ist jetzt... Oder war das durch eine Mod? Ne, da ist sie doch. In der Sensor 2021. Ziger Seelenstand, Seelen, ah, da könnte man verkaufen. Aber man bekommt ja meistens nicht das, was man haben will. Da komme ich nicht durch. Also altes Testament. Ja, danke. Hüfte, Erzündung. Winziger Seelenstein. Herzenschein. Magiker. Eisenpfeile. Pilz am Schienen. Objekte, Bücher. Bekleidung ist das, glaube ich. Ja. Ne, ich muss mich, glaube ich, erst mal heilen. Ne, ein Sieben war das. Weil der wird gleich nicht ohne werden. Wie du einfach kein Schaden mehr machst im Nahkampf. Damage ad. Rest im Pilz, Alter. Ja, ich glaube, ähm... Burn, Baby, burn. Das geht ja noch. Aber das andere ist wesentlich schlimmer. Verdammt, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, das kann man noch gegen heilen. Das ist nicht ganz so wild. Komme ich hier nicht weg. Wo ist er? Da kann man sehr spät jetzt. Ja, komm schon mal. Dein Letters ist mir gerade nicht. Ja, komm, du bist doch gleich down. Ist ja nicht gerade noch ein Schild in der Hand? Ja, das ist doch ein Stahl, Nordpfeil, Eidenschwild. Wir haben übrigens ein neues Schwert. Habe ich nicht den Favoriten zu befinden. Äh, was wir zu gucken? Das ist doch relativ gut, jetzt muss ich nur wieder die Objekte tauschen. Bekleidung. Ach ja, ich habe die Film-Amts-Schiene habe ich noch an. Schuhe brauchen wir. Was haben wir noch? Geht's ja gleich wieder in Richtung Kälte. So, man trankt ja. Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt trage ich zu viel und kann nicht rennen, ne? Objekte, äh, was haben wir denn hier noch an Essen? Äpfel. Bisschen Inventar hier, ein bisschen leer machen. Lachsfleisch ist gar nicht, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich mir eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Ähm, das Lachsfleisch ist gar nicht gekocht. Weil ich bin doch doof, ne? Guck mal, ich habe doch die, ihr habt doch noch die, äh, Schriftrollen. Warum habe ich die denn nicht benutzt? Ja, das weiß auch keiner. So, safen dann runter nach das Wald und dann mache ich eine kurze Pause. So zwei, drei Minuten eben kurz was hierholen und so. Und das ohne Begleiter lief das doch relativ gut, also mit Begleiter dürfte es ein bisschen einfacher werden. Ähm, ich überlege, ob ich mir jetzt gleich direkt Fendal als Begleiter hole. Hier müsste eigentlich auch irgendwo eine Fischerei sein, also so ein Fischdorf. Und du, du hast doch, glaube ich, auch gestern die Quest bekommen mit einer Rifton, ne? Ah, habe ich auch schon bekommen, okay. Die habe ich auch bekommen. Jetzt gar nicht mehr in, äh, Erinnerung gehabt. Die Unser zum Glück nicht ganz so kalt. Ich weiß, dass aber irgendwo hier noch ein Haus war. Und hier auch sehr gerne ein paar Leute rumgelaufen sind. Die Gold haben wollten. Und auf Meister? Holy! Die haben dich so geplättet einfach. Das war schon die schönen. Genau, sie. Andis Hütte. Und Andis ist, glaube ich, ein Vampir oder sowas. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Und die hat hier zum Beispiel eine Gemüsesuppe. Lied des Alchemisten. Ah, genau. Das habe ich gesucht. Wenn man zum Beispiel da runter geht und wieder hochkommt, dann greift sie einen an. Und wenn man sie tötet, wird man von jemandem, ähm, ich glaube, von irgendeinem Hexenrabe, ähm, die auch einen richtigen Namen hat, also nicht der 0815 Hexenrabe ist, sondern richtig mit Namen, ähm, mit einem Kopfgeld belegt. Und ich glaube, ich habe gerade etwas gesehen, was mir nicht gefällt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Oh nein, der Feuer-Tronachchen. Ich hoffe mal, dass uns die Alte jetzt hilft, weil wenn die Alte, wenn die Atronachchen uns trifft, dann gibt es entweder Süßes oder es gibt Fettsaures. Wobei ich eher denke, das gibt Fettsaures und sie kommt hinterher. Weil die hauen echt gut Schaden raus. Aber dass nur die Atronachchen kommt, ist mir jetzt auch neu. Oh ja 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 ja. Das ist gagner. Geh! Komm nicht dran! Ich hab glaube ich nicht genug Pfeile. Noch 4 Nordpfeile. Wenn sie sie jetzt aber tötet, ist das nicht unser Problem. Ah! Zwei wird einmal erledigt. Puh! Achja stimmt, die explodieren ja nochmal. Zappertranking Magica. Regeneriert sich schneller. Stiefelstall durch. Und wir bekommen Feuersalze. Aber dass die hier rumlaufen und einen zu angreifen, kannte ich jetzt auch nicht. Doch, das gibt's. Also Frau sagt gerade, das gibt's. Wie gesagt, für mich war es jetzt neu. Okay. Aber jetzt kann ich zum Beispiel einmal alles looten ohne Angst haben zu müssen. Jetzt habe ich eine Schafel mitgenommen. Ich will keine Schafel. Ah, sonstige Sachen. Ist der. Ist die Schaufel. Also wir speichern einmal. Ich bin immer noch zu voll. Was? Warum? So, habe ich jetzt immer noch etwas. Einen Trollschel habe ich noch. Als Kohle wüsste ich jetzt nicht wofür man die braucht. Aber die anderen Sachen nehme ich jetzt mal mit. Also die braucht sie ja nicht mehr. Sie ist ja nicht mehr da. Aber das ist ja nicht unsere Schuld. Hust. Hust. So, kann ich auf die Sachen respawnen mit der Zeit? Oh, guck mal. Eine Suppe, die können wir uns gleich einfach mal gönnen. Ähm. Zutaten. Essen. Gemüsesuppe. Wohl. Ja doch. Die nutzen wir einfach mal. Partnerfasan. Geschichte Bücher. Die nehmen wir auch mal mit. Weil, wie gesagt, die braucht sie jetzt nicht mehr. Jetzt können wir zum Beispiel auch in dem Bett schlafen. Weil es ist ja jetzt nicht mehr fremd. Äh. Objekte. Zutaten. Lassen wir kurz gucken. Feuersalze testen wir einfach mal. Weil müssen wir so, damit wir nachher wissen, was wir zusammenbauen können. Das müssen wir einmal testen. Weizen auch. So, was haben wir denn sonst noch so? Brot. Können wir mal hier so ein bisschen verballern. Kartoffeln will ich aufheben. Wohl auch. So, wir gehen einmal hier runter. Und wir haben hier einen Verzauberungstisch. Sehr schön. Menschenfleisch. Schneebären und Säbelzahn. Blöde brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Barotten können wir mitnehmen. Wir können aber hier mal gucken. Was sehen hier noch? Schwaches Gift der Magiker. Wir müssen auch gucken, dass wir so schnell wie möglich die Wohnung bekommen. Dass wir Knochenmehl, Väter, Schreibväter, das lesen wir gleich. Ähm, da die Sachen bekommen. So, Arcana Verzauberer oder Entzauberer. Ähm, ja komm, wir entzaubern das Schwert. Ja, Kapuze machen wir auch. Und das machen wir auch. Das kann ich nicht. So, jetzt habe ich natürlich mal eine schöne Waffe kaputt gemacht. Aber, ähm, jetzt haben wir das aber, dass wir das schon mal kennen. So, können wir irgendwas herstellen? Alchemie mäßiges. Wie sieht das aus? Wir brauchen eigentlich ein paar Haltränke. Gesundheit senken. Aber Haltränke kann ich zum Beispiel noch nicht, ne? Eismyriam, den können wir ja mal mit dem Flusspeitscher mischen. Passiert nix. Ausdauersenken. Giftresistenz. Brauche ich, glaube ich, noch gar nicht. Aber das können wir zum Beispiel schon mal nutzen. Können wir zum Beispiel ein paar Sachen herstellen. Das können wir auch nutzen. Zutaten. Machen wir ein bisschen Experimente. Großglocke. Passiert nix. Den können wir nicht. Den brauchen wir gleich noch. Geberschwanz. Auch nix. Mit denen. Passiert auch nix. Ich glaube, alles konnte man nicht miteinander mischen. Ja, ja. Wir beenden erstmal. Ich lässt sich alles verballern. Ähm. Den Säbelzahn. Können wir doch mal gucken. So, was haben wir denn hier? einen Brief. Da klickt er auch einfach denuhig. Dann hab ich mal sechs Jahre traveler einen Brief. wein angreifen jetzt aber in dem fall nicht als sie jetzt quasi weg ist und wir haben eigentlich auch niemanden getötet sie hat halt die freundlichen angegriffen aber wir könnten eigentlich mal sie können was passiert nächste also ich hätte damit gerechnet im schlimmsten fall dass sie uns jetzt attackiert hat aber sie ist ja quasi rot also sie ist eigentlich nur aufgestanden und sehr kopfschmerzen da ist der turm da war waschen oben pflanzen mitnehmen in mir findet mir so eine mod wo du pflanzen auf der karte oben auch sehen kannst also die karte aufmacht dass da halt auch die ganzen kräuter sind wo die tiere zum beispiel finden ganz man könnte ja auch sagen man kann so eine karte kaufen in einem gemischtwaren laden oder beim alchemisten händler dass du da solche sachen zum beispiel hast und dann kannst du die ja quasi dann bewerten also quasi benutzen und weiß okay da finde ich zum beispiel bisteln da finde ich zum beispiel ich habe keine ahnung was das andere kräuter und sowas gibt aber solche sachen halt dass man die zum beispiel nutzen könnte und sagen könnte hier da und da oder hier pilze ja an den ort hier gibt es zum beispiel sehr viele pilze irgendwo müsste es hier auch glaube ich eine schlammkrabbe geben auch guck mal der eine hause er versucht sich hier weg zu buddeln und lassen wir mal schön in ruhe hat sogar geschafft ja ich weiß dass ich das kompendium habe aber ich will jetzt nicht während des streams jetzt das buch holen und das kompendium benutzen ich glaube ich muss mal ein bisschen mehr auch auf schaden gehen einfach so wenig damage machen mit unseren waffen krabbenfleisch gab es das früher schon kenne es jetzt so nicht nein ich will nicht den kurier hau ab junge niemand will was von dir guck mal das ist heute das ist schlammkrabbe das ist mein haustier ich habe nach euch gesucht ich soll euch etwas liefern aber nur euch persönlich habe ich attacke lasst mal sehen das war es dann wohl ich muss los schon ganz cool gemacht mit kram so wir gucken gleich immer in den brief schauen was wollte ich denn jetzt noch machen wenn mal eben kurz also mal kurz gesagt mal eben jetzt pause machen jetzt gehen wir dann eben noch nach bluswald so Junge ich habe deine Klaue zeig die ihr habt sie gefunden hahaha das ist sie seltsam sieht kleiner aus als ich dachte komisch nicht ich werde sie zurücklegen wo sie hingehört das vergesse ich euch nie ihr habt mir meine schwester einen großen dienst erwiesen und keine sorge ich werde sie dann mal irgendwann wieder stehlen ich kann sogar das gold mitnehmen ich kann die ganze diese mitnehmen tage zu führen kann ich rennen ich muss mal im tier kurz kochen aber ihr seht ein wenig krank aus nee das ist auch nicht falsch da hast du voll und ganz recht denn wir haben eine lebensmittelvergiftung ich weiß auch gar nicht wie man die wegkriegt 380 hungerpunkte wieder her ich habe zu wenig salz wir brauchen verdammt echt mehr salz ne so lukan irgendwas wollte ich noch von dir vielen dank dass ihr euch schmuckstücke krimskrams sollt ihr sagen äh abenteuerrucksack ausdauer um 20 ich weiß nicht gerade ob ich den mitnehme weil die ausdauer werden natürlich nicht schlecht gerade wegen dem schild mit schlafsack nehmen wir den mit schlafsack ansonsten was hast du sonst noch so schlusssack knackern ist das nicht ganz so interessant für den charakter den wir jetzt derzeit spielen war waffenlosangriff alter auch nicht schlecht gibt weniger werbepunkte aber gibt sopul hulle auch die schnauze die können wir uns eigentlich auch gleich holen aber ich will gleich erst noch mal noch gucken bei wie heißt er jetzt unserem nachbarn da drüben zerstörungen zauber kosten 12% weniger magika magika regeneriert sie schneller Namaskower kostet 12any 굉장히 magik nein nicht bei zwennen bei dem anderen mit dem schmied einhändige angriffe verursachen 15 prozent höheren schaden 1655 abenteuerrucksack da habe ich doch gerade geguckt ich wollte eigentlich unter zaubertrink was hast du da noch hat er halt dränke essen habe ich selber im bücher bücher ist auch interessant sonstige ansonsten hat er jetzt nichts interessantes drin wo ich sag das würde ich jetzt mitnehmen was haben wir denn amitisten können wir verkaufen heißenbaren seelenstein granitstein mit sogar den stein dem auch keiner wurstpels sehen wir auf bücher schnur und köder die das eben alles auf das heben wir auf was kostet sonst die bude 5000 dann müssten wir eigentlich gucken dass wir in die 5000 kommen damit wir sachen lagern können habe ich jetzt natürlich die leichte rüstung die behalte ich erstmal begleitung und sieht das sogar so ihr seid ein ja königin elli werden wir zum späteren zeitpunkt holen wir brauchen jetzt erstmal über eure kämpfe wachen ja was habt ihr zu verkaufen wollt ihr euch schützen oder schaden austeilen ich will gucken ob du das lagerset hast rockisches schwert das ist auch sehr nice wollen wir die plötzlich einfach irgendwelche sachen haben wo du denkst sie hätten doch gar nicht vor plattenhelm rüstung plus drei aber hat keine wärme wert handschuhe stahlschuhe des soldaten was stahlschuhe das sind schuhe ach handschuhe man sollte auch richtig na guck mal hier gibt es noch wärme wert das wäre was für uns stahlrüstung des soldaten die sieht aber auch sehr schön aus ich mache das immer genau umgedreht das kann man so machen wie man nach belieben also da ist jetzt jeder so wie er gerade Bock hat benutzt einfach mal deine schmiede möchte mal gucken was sie so herstellen können wir können eine angel herstellen witzpfeile salz der leere feuerholz diebesrucksack wenn man alles selber herstellen feuer salze frostsalze ja lager unter similien 3 feuerholz und leder erreich er reiche errichte ein lager im freien das werden wir jetzt gleich machen packtasche was ist an der packtasche vierhalsring okay wo ist das mit dem feuerholz das ist glaube ich das was wir hacken können war das das feuerholz ich glaube ja ja die teile teile filme das ist mir bewusst huhn oder bob der huhn das heißt irgendwie wirklich jemand wirklich mal bob und der fühlt sich dann direkt angesprochen ähm hier war doch irgendwo mal eine axt hier war doch mal eine axt so feuerholz hacken oder das hier war das hier wie viel bekommen wir denn überhaupt zwei das heißt wir müssen das zweimal machen dann haben wir vier und könnten dann die lagerutensilien herstellen ich sehe gerade er hat auch andere schuhe an ok das sollte reichen können wir das ganze einmal herstellen finder könnte man eigentlich direkt mitnehmen die göttlichen sind euch hold mein freund geht voran ähm denn ich möchte gleich noch in die mine ich möchte noch so ein bisschen was machen bevor wir dann mit togo gleich weitermachen so ja ich mir lieber eine spiele benutzen habe hier im angemessenen rahmen versteht sich ich nehme alles was ich brauche kann ich die nicht herstellen ach ich brauche vier leder ich habe die vier nicht gesehen ah das ist so doof ich kann das nicht nehmen wie kann ich denn meine wachen irgendwie upgraden brauche ich stahlbarren für verdammt ich brauche leder ich muss wölfe jagen und sowas da brauche ich auch eisenbarren und leder für ok das funktioniert alles nicht super ähm wir speichern mal eben und dann machen wir kurze pause pause ist vorbei jetzt geht es direkt wieder weiter wir wollen nämlich noch eine hülle mitnehmen muss man nicht machen bekommt man aber auch sehr viele interessante sachen und ähm ich würde sie ganz gerne mitnehmen objekte wo habe ich denn meine bücher ähm herzensstein zum beispiel können wir auch mitnehmen da sind wir gerade da ist einfach das kaninchen gespawlt und fällt dann hier runter auch sehr doof voll das bündnis sind halt nicht viel so ein waffeschild passt den nehmen wir auch mit ich habe noch mal so bock zu angeln ey ich habe einfach bock drauf nochmal zu angeln das werden wir nochmal machen ich muss nochmal kurz speichern ich habe so die erfahrung gemacht und selbst wenn du keine mods drin hast kann das spiel sehr gerne abstürzen und bevor das immer passiert speichere ich dann halt mal sehr gerne und recht häufig jetzt müsste ich doch eigentlich ähm ich brauche noch ein leder genau ein leder war das ach jetzt habe ich meine punkte gar nicht verteilt ich habe ja gar nicht geschlafen merkste was ich habe die eisenhacke nicht dabei verdammt nur gab es hier noch einen vordereingang den hintereingang haben wir gerade gefunden mit fendern an der seite ich überlege gerade nehmen wir den hintereingang da kommen wir neben den hintereingang wir haben Fendal dabei das sollte dann eigentlich funktionieren wenn wir beide auf den Bogen schützen gehen ähm sollte das klappen warte ist er doch Blutsplittermine ist das genau Fendal chill doch mal und wir Fackeln brauchen übrigens auch ähm das ist schon der erste war das war das das war ich Junge wir sehen ich war das und ein Schmied hier müsste aber noch jemand rumlaufen nicht kurz schleicht sich an holt sich was man will und geht wieder wisst ihr hin da her auf mich zu schubsen ähm guck gerade ob ich oh das ist eine Angel da ist der Angel das heißt da können wir angeln haha da wären wir gleich angeln Junge Junge da wären wir sowas von angeln ich hab keine Pfeile mehr ich hab keine Pfeile mehr ich hab keine Pfeile mehr oh ich hab einen Pfeil das ist auch noch etwas was weniger als VW noch kennt keine Pfeile mehr zu haben Dach und her Leute da kriegt die schön auf die 12 ja der Tod ist da ich werde euch töten Müsst ihr niemanden töten. Nur ne Schmiedin, also das ist jetzt nicht unbedingt so das wahre. Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Dein Schlüssel muss ich dir eigentlich auch noch klaren. Du bekommst aber die Eisenrüstung, Föllerrüstung bekommst du. Polterer Kapuze bekommst du auch, damit ich sie nicht verkaufe. Streitkolben kannst du auch haben. Aber die Angel kriegst du nicht, das ist meine. Da bin ich eigen, das ist meine. Fällt gerade ein, ich müsste eigentlich noch. Wo hab ich so Objekte? Was denn drunter? Sonstige glaube ich, ne? Da, Fackeln. Hier müsste ich auch noch einmal die Favoriten packen. Habe ich denn schon was auf 8? Oder nie einen Schuh? Dann mach ich jetzt die Fackeln rein. So, das ist jetzt diesmal gerade eh was angezeigt worden. Wo geht's denn? Da wird's, das sollte man eigentlich auch oft kriegen. So, tolls. Das war's. Hier werden wir dann gleich erstmal angeln. Ja, mach auch. Wir werden erstmal die Höhle soweit freiräumt. Und dann werden wir uns gleich ganz gemütlich zum Angeln hinsetzen. Denn ich will natürlich wissen, wo gibt es welche Fische. Und die haben sogar einen Hammer ins Spiel gebracht. Sehr nett. Meine Güte. Schau sich das mal einer an. Wo wir das Buch eigentlich mitnehmen können. Das werden wir nachher in die Wohnung packen, sobald wir sie haben. Dieses Schloss kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Das heißt, irgendjemand hat hier einen Schlüssel. Wir müssen herausfinden, wer. Bestimmt einer von den anderen Leuten. Und ich kann gerade... Mir fällt mir halt das ein. Erzug. Warum kann ich hier nicht schlafen? Finderl ist doch da. Warum kann ich denn nicht schlafen? Wo sitzt der Typ denn? Der müsste doch auch, glaube ich, hier irgendwo... Nein. Da. Wie würdest du hier wen reißen? Vielleicht ist das sogar der Schlüssel, den wir brauchen. Aber wo wir gerade dabei sind... Ähm... Du kannst mal direkt mitkommen. Okay. So, dann gehen wir direkt da rüber. Dann lassen wir das Ding direkt runter. Dann können wir die beiden direkt überraschen. Oder die drei, wie viele das auch sind. Und dann kann der Typ hier direkt erstmal hier angreifen. Normalerweise werden die mal getriggert, wenn wir das aufmachen. Ja, ihr müsst doch gegen euren eigenen Kumpadern treten. So, darf ich jetzt schlafen? Oh, wir haben sogar noch einen Barren bekommen. Das heißt, wir können sogar noch mehr verbessern. Ist leicht hungrig. Ja, wenn es so leicht ist, geht es ja noch. Ist auch eine Mod drin, wo man Sachen recyceln konnte. War auch nicht schlecht. Das hätten wir auch zum Beispiel abkürzen können mit dem Abbauen. Einfach mal alles abreißen und dann direkt alles behalten. Einfach mal ein bisschen Tee getrunken hier. Hier können wir aber nicht angeln, ne? Nein, hier können wir nicht angeln. Alles, was ich jetzt nicht brauche, gebe ich die jetzt erstmal, weil wir müssen irgendwie Geld machen. Was soll ich nehmen? Ne, das ist umgekehrt. Den kannst du haben, den kannst du haben, den kannst du haben. Waffen. Die Falle kriegst du nicht, die brauche ich jetzt erstmal selber. Der ist leer. Der ist auch leer. Schlaf mal fünf Stunden. Wir gehen weiter auf die Gesundheit. Und was verbessern wir? Schwererrüstung könnten wir machen? Haben wir. Können wir nicht machen. Blocken. Könnten wir machen. Haben wir Schießkunst schon genommen? Ja, da war auch schon ein Punkt drin. Machen wir mal ein bisschen mehr Schaden mit den Waffen. Können wir die noch mitnehmen? Das können wir mitnehmen. Das Buch. Kann man, äh, Achso. Ja, das heißt, ja, der schuftet und dann ist das ganze Ding zusammengebrochen. Und dann stand er da. Hier können wir dann auch nochmal die Brücke runter machen. Das ist jetzt hier nichts. Deswegen, Fendal, du hältst mich gerade ab, hier davon rückzugehen. Wir werden aber gleich nochmal eben angeln. Ich möchte das ganz gerne ausprobieren. Da was anderes zu finden ist. Und wir können dann direkt gucken, ob wir dann ein paar Sachen verbessern könnten. Wir können ja noch ein paar Sachen abbauen hier in der Höhle. Das gefällt mir nicht. Ja, kann ich so nix dafür. Wenn dir das nicht gefällt, dann musst du was anderes gucken, Junge. Hier gibt es eine Höhle. Ihr habt doch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Nicht so was wahre, das will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. So, wir gehen wieder rein, Fendal. Denn, ähm, wir wollen... Was denn? Was ist das? Ding sieht eher aus wie so eine Robbe. Das war quasi der Vorfahre von dem, was über die ganzen Trattini da gekommen sind. Nein, die Falle wollen wir nicht aktivieren. Wackele mache ich jetzt übrigens auch nur an, damit man ein bisschen was sieht. Da nehmen wir alles mit. Da wollen wir jedes Mal das Wässer umfällen. Das ist immer wieder aus Neuem. Da können wir nichts looten. Da dürfte, glaube ich, gar nichts drin sein. Oh, Wurzeln. Da kommen wir auch mal direkt hier. Fliege machen, Abgang. Looten. Und dann gleich testen, was wir da bekommen. Schwert, schwert, schwert. Oh, wir bekommen Heidschuhe. Keine Sache. Und wir steigern nochmal die Ausdauer. Sehr schön. Eine Honigwabe. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir sehr wenden waren. Ähm, nein, das wollte ich jetzt nicht. Wirkte, Bekleidung. Den tragen wir uns. Wir übergetragen mal das hier. Sieht man da so ein bisschen den Unterschied? Ja, man sieht es. Man sieht es auch nicht schlecht. Denn da, das ist auch nicht schlecht. Ich speichere nochmal eben. Da hatten wir hier nicht noch ein paar Sachen, die wir abbauen konnten. Das ging jetzt aber gerade nicht. Da haben wir zum Beispiel noch was. Erzadern zugefügt, das passt. Noch mehr Erzadern hier. Ich habe mich gerade schon erschrocken, wo kommt er denn jetzt her? Ein paar Fackeln, die wir noch mitnehmen können. Haben wir hier oben eigentlich alles abgesucht schon? Ich glaube nicht, ne? Und noch eine Truhe. Achtet ihr die Truhe? Müssen wir hier unten nochmal gucken. Ähm. Gegen den Looten. Salz, haben wir jetzt auch. Milzsäcke. Ich meine, mit den Milzsäcken konnte ich auch irgendwas machen, aber ich war mir jetzt nicht sicher mehr, was, oder bin es gerade gar nicht. Nee, das ist nicht der Schlüssel. Hm. Ja, muss das eine Mod sein, oder? Die Triller? Hat mir nur nicht gelootet. Wir gehen nochmal gucken. Nee, das war sie doch. Nee, dann haben wir gelootet. Dann liegt der hier irgendwo rum. So, Objekte, Zutaten. Das haben wir ja noch nicht probiert. Wurzel. Honigfarbe. So. Ähm. Waffen-Upgrade. Stahlbarren brauche ich dafür. Verdammt. Ähm. Ja, wir wollten nochmal angeln. Warte, da ist echt eine Angel drin. Apropos, haben wir hier noch irgendwas im Wasser, was wir hier mitnehmen können? Ich weiß zwar nicht, was du hier rauszuholen willst, aber wir gucken mal. Den kleinen Karpfen. Wir probieren es nochmal. Lass immer noch ein Karpfen, dann gehen wir wieder. Zibabasch. 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 Ui. Das ist ein Pugh-Fisch. und wüster fisch okay jetzt kommt so langsam glasöl kann man die sind das für zutaten fische ja damit kannst du alchemie betreiben wie es jetzt aussieht war nicht mit allen also mit manchen ja aber nicht mit allen den lachs den kennen wir bereits mal gucken wir den verarbeiten können damit den vampir fisch gegessen ich wollte doch angucken sind sehr interessant aus der fisch koch der kraft wir können die kamen wir können die kochen naja okay wir angeln noch mal so zwei dreimal und dann gehen wir direkt weiter weil wir die möglichkeit natürlich haben zu angeln würde ich das ganz gerne mitnehmen okay das ist dasselbe gewesen wir gehen wir das war jetzt nicht so wie er hofft das heißt wir gehen jetzt direkt zu flusswald ja kochen dann direkt machen uns dann auf den weg richtung weiß lauf für geld haben jetzt 1800 100 bin immer noch da was soll ich nehmen ähm wach bin den kannst du mitnehmen bekleidung hier geht vor ich folge ich nehme jetzt alles ein bisschen mit dass wir jetzt ein bisschen klein äh geld ja kann man so sagen klein geld eigentlich noch mitnehmen können jetzt wird es natürlich wieder kälter weil es ist natürlich ähm nachts also es geht richtung abends nachts in die richtung und da ist es generell immer kälter ja mir fällt gerade ein die haben die briefe noch gar nicht rein geguckt ja verstanden toten und wo soll das ganze sein ach guck mal wir können sogar unser angelskill verbessern und müssten wir mit dem typen reden nein ich möchte nicht dahin ach der ding ist ja gerade nicht da ne ja ich tue für die kläder hier oben liegen oder ja Wir sind leicht hungrig, aber wir haben jetzt nur einen Leichtbesitzer, okay. Ähm, Windahl, okay. Können wir nochmal schnell Quicksafe machen. Ich versuche nebenbei noch was zu trinken, deswegen kann ich die Maus dann nicht steuern. Ich kann auch nochmal eine Blume mitnehmen. Oh Hirsch. Vielleicht hab ich so wenig Pfeile, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Heute hast du gewonnen. Heute lass ich dich in Ruhe. Du bist alleine, wir sind zu zweit. Was sagt ihr das? Dann kann ich daraus wenigstens was herstellen. Blühwimmchen gefallen. Ähm, irgendwo Blume. Ich hole jetzt einfach mal die Fackel raus. Aber durch die Fackel wird mir ja auch nicht wirklich wärmer. Also es geht zwar die Kälte runter, aber es ist jetzt nicht so kalt, dass unser Charakter sagt, dass er jetzt am Frieren ist. Ach, die Gefangenen schon wieder. Das ist üblich. Es ist immer unterschiedlich. Manchmal hast du dann sogar das Pärchen, was irgendwo hin möchte, wenn wir Geschenke verteilen. Das hast du dann zum Beispiel mal, dann hast du irgendwie jemanden, der sich den Krieg anschließen möchte. Das ist immer alles random. Hier stehen alle rum, da passiert nichts, da hinten ist eine Mühle. Die da. Da werden wir jetzt mal hingehen, wenn wir das bei der machen. Ich glaube ja, da müsste man normalerweise das Mehl verarbeiten können. Und es müsste, ah, das Haus ist auch da. Das heißt, durch die Mods, die es da gibt, gibt es auch zum Beispiel das Haus mit drin. Was man im Laufe des Spiels auch kaufen kann. Wo ich glaube ich auch sehr teuer ist. War das nicht sogar ein Haus, was man sogar erkämpfen musste? Nur der stärkste von stärksten jedes Mal das Haus hatte. Das war das glaube ich auch. Jetzt sind sie überall Blühwimmchen. Oder geht das mit der Mühle hier nicht? Es kann auch sein, dass es die in Rorix dann ist. Dass das nur mit der funktioniert. Nee. Mühlenrad. Kann ich nicht aktivieren. Nee, dann geht das mit der nicht. Was mache ich denn jetzt mit dem Mehl? Weil daraus wird ja das Mehl gemacht. Mühlenrad. Mühlenrad. Ja. Das ist eine gute Frage. Was wird aus dem Mehl gemacht? Ja. Wie können wir das Mehl weiterverarbeiten? Sagen wir mal so. Da guck mal, da hängt ein Zettel. Gut zu verkaufen. Äh. Gut zu verkaufen. Äh. Müssen wir mal gucken, was das kostet. Undra gut. Okay. Weil es liegt außerhalb von Weißlauf und wir könnten dann zum Beispiel Sachen einlagern, ohne dass wir jetzt mal einen Ladebalken hätten. Wir kriegen dann eine Truhe, Eisenbarren, Schatulle, schönes warmes Feiern der Schmiede, schön mit Wasser in der Nähe. Wir gucken mal, was das Ganze kosten soll und dann werden wir uns das Haus holen. Weil natürlich dann auch das Problem ist, wenn man nachher Kinder hat. Ähm. Ich weiß nämlich nicht, ob die da wohnen können. Nein, unser Fackel ist leer. Ach, das mit dem Mehl ist jetzt natürlich auch sehr doof. Ich würde das ganz gerne weiterverarbeiten zum Brot oder so. Können wir überhaupt backen? Backen konnten wir gar nicht, ne? Schauen wir mal ein bisschen bei dem und dann werden wir gleich dem einen das verkaufen. Oh, Weizen. Weizen ist optimal, das brauchen wir. Und Blasenpilz. Er sagt ja, aus Weizen und Blasenpilz kann man einen Trank herstellen. Wir gucken gerade, was wir alles hier noch haben, was wir jetzt noch nicht getestet haben. Weizen wissen wir zum Beispiel schon, dass wir da Gesundheit herstellen können. Es gibt aber auch keinen zweiten Eingang gegen die Burgen. Es gibt halt nur diesen einen Eingang. Jetzt, wo wir Weizen haben, will ich mal kurz was probieren. Ob wir mit Mehl... Ne, ich kann hier einfach nichts machen. Ja, ob wir mit den Weizen das zermahlen können und dann Mehl bekommen. Normalerweise müsste das ja so sein hier. Aber ist nicht. Kann auch gut sein, dass das mit dem nicht möglich ist. Das wäre natürlich auch sehr gut möglich. Ja, die bekämpfen doch den Riesen. Den überspringen wir jetzt einfach mal und gucken, ob wir den komplett aus dem Weg gehen können. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie dann auch uns anspricht, weil wir ihr nicht geholfen haben. Beziehungsweise kein Gefährtes sind. Den skippen wir jetzt quasi in dem Sinne. Wir können uns dann mal so ein bisschen anschauen, außer die verprügeln naja ganz schön ordentlich. Und die sind zu dritt und kriegen den Riesen nicht kaputt. Doch, da liegt er. Jetzt rennen sie mit dahin, oder sind die sogar zu viert? Ne, die sind zu dritt. Gut, dann gehen wir mal nach Weißlauf. Wir fragen dem Vogt gleich mal, was die Wohnung kostet mit Tuniggut. Äh, Tundragut. Wie viel er die da verkaufen will. Ausgekühlt? Ah, okay. Also langsam wird es doch kühl. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Mit Passierschein A38. Kann ich nicht nach oben scrollen, was man nehmen ist. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Wir zahlen jeden Preis, aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Vor allem, ich könnte jetzt schon den Drachen triggern, aber ich habe keine Pfeile. Und kann ich gegen den Drachen kämpfen, das ist so dumm. Das ist, glaube ich, Level 10 oder so. Fühlt ihr euch krank? Ja, wir sind krank. Gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Ähm... Ja, machen wir, machen wir, machen wir. Was ist denn hier? Kampf der Champions. Ähm... Ah, okay, wir sollen die überreden zum... Da brauchen wir dann überreden und Skill. Ähm... Ja, was hast du denn zu verkaufen? Lass mich mal gucken. Werft einen Blick darauf. Was du so... Eisenbolzen. Okay. Feraler Crossbow. Alter! 27! Schaden! Und der sieht gar nicht so schlecht aus. Noch ein Bolzen. Aber ich glaube... Orkische... Orkische Armbrust. Wirst du das Ding hinabgefeuert hast? Orkische Axt. Wir... Wir stinken gerade mit unseren Waffen gerade total ab, ne? Also ich komme hier gerade vor wie so ein armer Schlucker. Und er so, ey, ich hab hier mal das und das. Ansonsten ist das hier alles quasi Standardausrüstung. Der Stahlhelm hat sogar einen besseren Wärmewert als das, was wir anhaben. Ja, Stahlkettenhemd. Der Stahl... ...Kettenpanzerhemd. Stahlstiefel des Soldaten. Da ist kein Wärmewert drauf. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Dietrich. Ja, es ist jetzt nichts, äh... Was mich interessieren würde. Wir gehen wieder finden da. Jetzt kommen wir natürlich nicht bei der Schmiedin rein unten, ne? Weil das ist wahrscheinlich zu. Ja, sag ich doch. Das ist natürlich jetzt doof. Ich weiß, ich loote gerade immer die ganzen Blumen, aber die braucht man... jetzt hat Haare hinzuführen und kann nicht rennen. Dein Ernst? Dein Ernst jetzt? Das heißt, wir können jetzt auch nicht einkaufen, nix... ähm... 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 Wir brauchen auch noch Peile. Aber wir machen das anders machen. Wir gehen erstmal zum Vogt. Ach, der wird wahrscheinlich auch nicht da sein. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Wir müssen gleich mal gucken, dass wir... ähm... äh... Und dann sollten wir auch nichts mehr Rohes futtern. Aber ich glaube, das ist auf der Dauer nicht gut. Ich glaube, das ist auf der Dauer nicht gut. Ausdauer. Ausdauer, Kriegerstein. Fühlt sich erfrischt. Luftresistenz. Ausdauer regeneriert sich 10% schneller. Klösterknacken und Taschenkriegelstahl sind 10% einfacher. Magiker verstärken, ja. Schreie verstärken. Wartezeit rum. Schreien. Dazwischen Schreien fehlen mindert sich über 0%. Halus Segen. Ja, okay. Tragfähigkeit. Ansonsten haben wir jetzt nichts dabei. Okay. Aber ich muss sagen, bisher, jetzt wo wir als Rot-Drohne, heißt das, ähm, hier rumlaufen, hat uns noch keiner angesprochen. Ich bin doof angemacht oder sonst irgendwas? Das wundert mich, ehrlich gesagt. Ähm... Ich gehe mal gucken, ob ich kochen kann. Ich weiß, dass die gerade auf mich zukommt. Aber kann ich hier kochen? Wir können schon mal gegrillten Lauch herstellen. Das ist schon mal optimal. So, wollte ich eigentlich verkaufen. Düster... Also, die Fische können wir auch grillen. Sieht aber sehr komisch aus, der Fisch. 22 Hungerpunkte hinterher. Also, wir sollten schon gucken, dass wir dann, ähm, kochen. Und die Sachen dann verwerten. Und für größere Sachen sollten wir dann... Am besten, äh, vergiftete Apfel. Ähm... Sollten wir eigentlich am besten gucken, dass wir, ähm, genug Sachen haben. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrouf empfängt keine Besucher. Als Huskal befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit nun erzählt. Ihr wisst etwas über Helgen? Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Kommt! Ich kann den Drachen immer noch nicht triggern, weil ich habe keine Pfeiler. Und der Fleisch wäre fest, dass er was. Ich glaube, sobald wir dem Jarl geholfen haben, können wir uns die auch mal einmal durchplündern. Und das muss doch stinken mit dem Fisch. Und, ähm, na gucken wir mal. So, ach, ich könnte gar nicht mit ihm sprechen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Bei Ismir. Ireleth hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Ireleth schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf, einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier. Bitte nehmt dieses kleines Zeichen... Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Pharenga, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Jetzt kann ich nicht so schnell laufen, weil er mir irgendwelche Sachen ins Inventar gepackt hat. Dir, komm mal her. Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? Ihr geht vor, ich vor. Ja, ich muss mal gucken, ob ich den Dings hier noch erwische. Verdammt, jetzt ist der weg, ne? Äh, nicht schlafen, hier Proventus. Ich diene Jarl Balckruf als Vogt. Ja, dafür brauchte ich jetzt aber nicht schlafen legen. In der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt. 7500 Kult. Okay, tschau. Tschau. 7500 Kult. Hohoho, Junge, da sind wir noch lange nicht. Fahrengar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich, äh, habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Hm, ich muss ihm direkt geben. Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jahr mir sonst schickt. Nun hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Nein, ich war nicht schnell genug. Verdammt, das müssen wir den Drachen doch machen. Ja. 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 Mal los. Ja. 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 Ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt hat. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seithyr in der Stadteigentum zu erwerben. Und bitte, nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nicht zugegeben. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irillet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit ihr es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Gut, jetzt kann ich Stiefel entzaubern. Ähm. Weil das bringt uns jetzt natürlich gerade gar nichts, dass wir das nutzen. Weil es gerade keinerlei Vorteile daraus ziehen können. Ja, ohne Pfeile und Tränke wird das gleich so ein bisschen schwierig, gegen ihn überhaupt zu kämpfen. Deswegen, ähm. Wir müssen ja nicht sofort hin. Das ist jetzt nur schon mal so weit aktiviert. Das heißt, ich brauche jetzt 7500 Gold, um den überhaupt zu bekommen. Um eins schon mal zu bekommen. Das ist jetzt natürlich eine Menge Zaster. Wir brauchen natürlich Platz. Also wir müssen gucken, dass wir vor das Geld zusammenbekommen. Bevor wir den Drachen komplett triggern. Ähm. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Eigentlich müsste die Irillet jetzt vielleicht noch irgendwie runterlaufen. Und dann bekommen wir noch ein Event. Man könnte zum Beispiel Holz haken, das wäre eine Möglichkeit. Ähm. Man könnte es auch versuchen, das schwer zu finden, zum Beispiel. Ein paar Banditenhöhlen auftreiben. Wir müssen aber jetzt gleich einmal schlafen, dass wir ein paar Sachen verkaufen können. Die Lage ist folgendermaßen. Ein Drache greift den westlichen Wachtturm an. Jetzt sind wir dran. Ihr habt richtig gehört. Ein Drache. Mir ist egal, woher er gekommen ist oder wer ihn geschickt hat. Aber ich weiß, dass er den Fehler begangen hat, Weißlauf anzugreifen. Aber Huskar, wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen. Geschweige denn, gegen einen gekämpft. Aber unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser. Unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Ja. Wir sind gleich mausetot. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur, das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter in Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja. Ganz genau. Rücken wir aus. Ja, wie viel haben wir denn jetzt? Fünf. Nimm mal zwei Stunden warten. Und dann ist der Laden offen. Bare effect. Das heißt, das ist noch nicht offen. Kann ich bei dir was kaufen? Äh, Eisenpfeile, ja. Könnte man auch mitnehmen. Ich lage halt die Gesundheit. Aber es gibt Wärmewehr drunter. Jeder kundschaft da ist doch. Auch nicht schlecht. Aber da ist das Problem. Es geht halt immer der Wärmewehr drunter. Und ich brauche halt Pfeile, ne? Das ist halt das Wohne. Ich komme nicht drum rum. Und wir brauchen noch einen... Was ist das? Leder? Ich glaube, einen Leder brauchen wir noch. 31! Oh, ist aber teuer, ey. Oh, was können wir denn verkaufen? Einen Schwert. Was denn auch? Die könnten dir noch eine Angel verkaufen. Ein Wert von drei ist jetzt nicht so das Wahre. Ähm. Ach, ich habe Lederstreifen. Ne, ich brauche ja viermal Leder. Sonst was jetzt noch dreimal. Aber wie viel Leder kriege ich aus dem Wolfsbild raus? Vergiss nicht auf drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, ich brauche eigentlich Pfeile. Jetzt habe ich zwei Leder. Ich brauche vier. Äh, Finder, was hast du jetzt noch? Dass wir kurz gucken. Was soll ich nehmen? Du, gar nichts. Ähm. Kapuze behältst du auch erstmal. Die will ich nachher behalten. Das heißt, die kann ich dir auch wegnehmen. Hast du überhaupt einen Pogen jetzt noch? Nein, ne? Hier geht vor. Ich folge. Ich helfe meinem F... Hm. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ich sehe gerade, ich trage so noch Fellrüstung. Na komm, wir brauchen mal für 200 Gold mal ein paar Pfeile. Können wir trotzdem mal eben reinschauen. Da können wir noch nicht reinschauen, er ist nicht da. Okay, speichern wir mal direkt. Holen uns den Drachen. Drücken Findal dann die Knochen in der Hand, wenn wir es schaffen, ihn zu besiegen. Das ist natürlich die nächste Frage. Schaffen wir es? Schaffen wir es nicht. Aber ich denke, das werden wir hinkriegen. Ähm. Waffenbogen. Ach guck mal, ich habe sogar noch einen Eisendolch. Den ich hätte nutzen können, äh, verkaufen können. Was ist er denn jetzt hier? Der Turm ist dann das gewesen sein, glaube ich. Ja. Ich verballere die Eisenfalle jetzt nicht, wenn ich die brauche ich gleich für den Drachen. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Und das habt ihr jetzt raus. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo auffällt. Und ich könnte hier die Rüstung nicht verkaufen von denen. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Und ich könnte hier die Rüstung nicht verkaufen, wo wir es zu tun haben, wo wir es zu tun haben. Und lass dir einen Teil in schwarze Treffen. Da ist er. So ein Leder für beiden, wie viel der insgesamt hat annehmen. Das wäre auch ein Eis gewesen, wenn man sowas könnte. Das müssen wir uns zum Beispiel auch mal mit rein machen können. Da hinten ist irgendwie... Da Trolle? Nein, nicht Trolle. Riesen. Da ist immer zu langsam mit dem Pfeil. Ich versuche halt immer so zu treffen, dass ich ordentlich einen Schaden möchte. Riesen. 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 Und wir haben ein Level abgekommen. Ja, Schießkunst ist auch so ein Ding, was wir ausgüllen müssen. Wir sollten... Mit dem Bug kannst du immer geworden, gerade gegen die Drachen. Was ist das denn? Was ist das denn? Und wenn ich den einfach nicht treffe, ne? Ich hatte vergessen, wieviel Vergnügen Ihr Sterblichen uns bereiten könnt. Habe ich den überhaupt? Habe ich überhaupt Damage? Eisenfall, nur 1% Damage. Ah, nein, 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 nein! Ah, das gibt's doch nicht. Ihr hättest uns schonmal gekillt. Das war jetzt auch weg. Ich glaube gleich sind alle Wachen tot. Ne, einer lebt noch. Ah, geschafft! Ja, leider hat er einen gegrillt. Ich habe es einmal erst hinbekommen, ihn komplett zu töten, ohne dass jemand gestorben ist. Ja, da lebt ja noch einer. Der Fall gesagt hat sich jeder versteckt. So ist das also. Beim Skill? Ähm, mach mal Schießkunst. Wir sind hier, um euch eine Lektion zu erteilen. Oh, ciao. Was wollen Sie jetzt von mir? Wo kommen Sie mit zarten Raufbollen auf einmal? Ach. Ach. Das war der beruflichste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Das war nicht der Schrei, den ich haben wollte. Ich weiß nichts über dieser Drachenglut angekündigt. Oh, jetzt sind alle tot. Ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich hier bin. Machen wir. Aber wer war das denn? Warum habe ich jetzt Raufbolle bekommen? Ich habe doch geholfen. Ich habe niemanden beklaut. Oder habe ich jemanden? Doch, ich habe jemanden. Ach, scheiße, weil wir geklaut haben. Wir haben die Helme geklaut. Aber wer will denn wissen, dass wir die Helme geklaut haben? Finderl, wir will mich bei deinen Arsch hier rüber. Fuss. Nur einer überlebt? Euer Ernst? Die Finderl ist da. Oder lagen die schon vorher hier? Der hat den echt gegrillt, ey. Komm mal. So, Objekte. Bekleidung. Feldstiefel. Lederhelm. Oh, Handschuhe. Ach, die sind sogar schlechter als die, die ich hatte. Dann tauschen wir die direkt hier um. Wir haben einen neuen Stahlhelm. Wir kriegen einen neuen Stahlkettenpanzerhemd. Wir bekommen neue Stiefel. Aber die sind um Wärmewert schlechter. Wir bekommen ein neues Schild. Stulpen. Ansonsten haben wir jetzt nichts neues bekommen. Also wir haben jetzt einiges bekommen. Ja, also das ist jetzt natürlich nicht schlecht. Wir haben jetzt einiges dazu bekommen. Ähm. Wir müssen aber gleich so ein paar Sachen an Fendal abdrücken. Damit der... Mal. Stahl krieg. X-Axt. 15. Das haben wir. Wir haben auch 15. Das ist also vollkommen egal. Das steigert sich also mit der Zeit. Das möchte ich aber ganz gerne wissen. Wer war das? Moria. Moria. Ne. Moira. Ich google jetzt einfach mal, wer das ist. Sekunde. Machen wir das einfach mal. Das ist die, wo ich gesagt habe... Machen wir den Namen. Ähm. M-O-I-R-A. Moria Kontakt. Ähm. Ne. Ich will wissen, wer das ist. Ah. Wir haben doch wegen der kurzen. Ähm. Ich habe euch davon erzählt. Ähm. Dass wir... Ähm. Wenn wir die Frau ja töten, dass man uns dann ein Kopfgeld auffetzt. Das ist diese... Ähm. Besagte Person. Und es ist irgendwie... Ähm. 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 Dann ist das so, dass man quasi... Dass sie ein quasi das Kopfgeld auffetzt. Weil man ihre Schwester dann, glaube ich, getötet hat. Ähm. Ja. Deswegen, ähm. Das war wegen ihr. Also... Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt deswegen ist. Kampf der Champions. Ja. Da haben wir... Ja durchgeguckt. Eine Karte Weislauf. Äh. Fendal. Ich gebe euch Deckung. Äh. Das hat mich nicht unterrichten. Ich will... Was soll ich nehmen? Ähm. Erstmal alles, was ich jetzt nicht brauche. Dann muss ich gleich mal sortieren. Was ich jetzt überhaupt nicht brauche. Stahlpfeile, die ich zum Beispiel behalte. Ähm. Eisenplattenhelm baue ich zum Beispiel nicht mehr. Ich muss soweit runter. Dass wir... Ähm. 230 erreichen. Jetzt habe ich noch irgendwas weggegeben. Ja. Mehr kann ich ihm nicht geben. Ähm. Hier geht vor. Ich glaube, das kann eine Weile dauern, bis wir in Weislauf sind. Und unsere Ausdauer geht halt gerade runter. Dann müssen wir direkt bei dem ersten Akku. Da ist noch mehr zu mitnehmen. Ich nehme das jetzt auch mit, weil wir müssen jetzt eh langsam laufen. Deswegen bietet sich das gerade an. Ja. Ähm. Ich werde jetzt glaube ich dann eben die Aufnahme auf Pause machen. Und würde dann quasi, sobald wir im Weislauf sind, wieder das auf normal laufen lassen. Weil das kann man mir sonst geben. Außer es passiert jetzt irgendwas interessantes. Dann mache ich die Aufnahme natürlich wieder auf laufen lassen. Ich hoffe, das ist jetzt noch mit drin. Denn jetzt hat man gerade nach uns gerufen. Dem Doof Makin. Und ähm. Ja. Wir sind fast in Weislauf. Also wir sehen uns dann gleich wieder. Ich habe bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um. Und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weislauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weislauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Früher oder später finden wir sie. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? So, dann sind wir wieder. Ich habe das Gespräch jetzt mit reingenommen, weil es gehört halt dazu. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weislauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist gegen der. Die besten Sachen verkaufen. Lass mich mal gucken. Ein Bogen. Die kann weg. Beile behalten wir mal. Den Schuppenhelm. Der wäre sogar besser als das, was wir haben. Die Gestaltstelle kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Der kann weg. Wir haben 2265 Gold gerade. So, jetzt mal kurz gucken. Den Schuppenhelm, den packen wir auch mal weg. Der kann weg. Habe ich Waffen schon geguckt? Ja, habe ich Bekleidung. Sonstige. Da habe ich alles. Äh, fehlen da. Habe ich noch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Habe ich die Knochen jetzt sagen, ich bin genau beim Drachen? Glauben nicht. Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Ähm. Ach guck mal, der hat den Stahlhelm von uns. Haben wir überhaupt einen Helm auf? Frage ich mich gerade. Folterkapuze nehme ich auch mit. Jagdbogen nehme ich auch alle mit. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Ähm. Den nehme ich auch mit. Das, was er jetzt nicht braucht, wird jetzt mitgenommen. Ich bezacke. Ja, kann man. Äh. Kannst du erstmal behalten. Das nehme ich alles mit. Dann mal los. Ja. Ich helfe meinen Vater auf vielerlei. So. Nein. 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 Ich helfe meinen Vater auf vielerlei. Ich will nicht. Ähm. Klingen. Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Ich wollte doch Sachen verkaufen, nicht herstellen. Ja. Der Jagdbogen kommt komplett weg. Stahl durch kann weg. Teile behalten wir. Wie gesagt. Das sind jetzt unsere. Folterkapuze wird auch aufgehoben. Ähm. Da haben wir was Besseres derzeit. Ich habe so das doofe Gefühl, dass wir gar keinen Helm aufhaben. Da kann einer wegfahren. Die können wir wegmachen. Das ist so wenig, was wir dabei hatten. Dass wir den nicht verkaufen können, ist mir klar, weil der geklaut ist. So. Stahlhelm haben wir jetzt aufgesetzt. Ähm. Schild. Favoritenschild. Wo bist du? Da zwei. Gehe ich mal. Ich habe ihn immer noch zu viel. Wie kommt es, dass wir immer noch zu viel haben? Wie kommt es, dass wir immer noch zu viel haben? Ah, wegen den beiden Zweihändern wahrscheinlich. Das ist natürlich gut möglich. Haben wir doch irgendwas an Leder, was wir geben können? Äh. Der Lederstachel wollte ich jetzt nicht herstellen. Die wollte jetzt einen Eisendolch. Ähm. Eisen. Gar nicht mal so schlecht. Lehrlingsstufe. Aber solide. Macht nur weiter so. Wo ist Fiendol eigentlich gerade? Ach der steht da. Ja. Ihr braucht nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort oben. Was brauche ich denn hier für Stallbahnen brauche ich? Du brauchst bestimmt auch einiges. Kann man ihn bestimmt selber herstellen. Hm? Das sieht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Ja, Leder herstellen. Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Begebt ihr damit etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Raus. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Leder, der Leder in dem Raum. Sicher. Was ist denn ein Pelz? Was haben wir mit einem Pelzhelm? Die laufen hier gerade mit einer dicken Plattenrüstung rum. Oh. Als Anstehen des Schlägers. Nett. Ein Schuh des Schlägers. Also man kann die auch selber herstellen. Eisenplattenhandschuhe. Aber woher sehe ich denn jetzt zum Beispiel, ob man es besser ist oder nicht? Oh. Oh. Bei den Eisenbahnen, klar, das kannst du nicht finden. Das kannst du dann auch selber herstellen. Aber den anderen Kram. Libis Rucksack. Dunkler Rucksack. Jäger Rucksack. Lagerintensilien. Da kann man das Börderschmarten herstellen. Ich weiß aber nicht, ob wir die Giersmaus neue herstellen müssen. Aber ich glaube ja. Schmalzhütte, habe ich denn irgendwas, was ich schmelzen kann? Eisenbarren. Stark geschmolzen. Ich habe hier einige gute... So, hier ist dein Feldhelm. Ich sage nicht, wenn... Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ich muss gleich... ...ins Discord. Weil da kommt nämlich... ...du gut zu tun. Ja, apropos Frucht. Hier ist dein Feldhelm. Moment. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmieden Stahl macht. Das kann man auch falsch verstehen. Ähm... Ich möchte was verkaufen. Wollt ihr euch schützen ohne Schadenausteil? Nein, ich will meine Sachen loswerden, die ich gerade hergestellt habe. Die Eisenpfeile kann ich eigentlich auch verkaufen. Gibt's null dazu, was... Das ist so doof. Dann brauchst du nicht verkaufen. Dann kann ich's dann lieber verballern. Ähm... Hat hier irgendwas an Rüstung, was interessant ist? Hat die das was von der neuen Rüstung? Ja, nur dieses andere Zeug. Und das, was wir ihr gerade verkauft haben. Okay. Ja, aber ich möchte eins hören. Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumene sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt. Für Balgruv, den Älteren. Es ist eine Überraschung. Und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird. Aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater, Proventus Aveniki, bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Ah! 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 Ja, das... Es ist ein Schwert. Könntet ihr das Schwert zu meinem... Danke. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Ja, da wollte ich jetzt auch so jetzt mal reingucken, was der jetzt noch drin hat. Und wir müssen noch zum Gemischtwaren laden, aber das machen wir gleich. Ja. Wir bügeln uns gleich erstmal hoch zum Jarl. Wir haben kleine und... Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen? Dann gerade mal gucken, was du überhaupt hast. Eigentlich auch eine Crip. Nichts, was wir gebrauchen können. Also, wir werden da los zum Jarl. Obwohl, warte mal, brauche ich dich jetzt eigentlich noch? Ich krieg ja gleich Lydia. Ne, du bleibst erstmal. Äh, wir behalten dich jetzt erstmal. Ich habe hier... Was? Ja, ich versuche hier gerade zum Jarl hochzulaufen. Was sehr mühsam ist gerade. Ähm... Weißt du, wie viel haben wir denn noch an Gewicht? 2776. Aber warum? Das sind jetzt nur die beiden Waffen. Gewicht 17? 16? Da bist du auch schon bei... Äh, fast 30. Jaja, das sind die Zweihandwaffen. Und wir haben ja noch die schwere Rüstung. Die wiegt ja auch noch mal ein bisschen was. Und wir müssen übrigens schlafen, sehe ich gerade. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass... Ihr ein Drachenblut seid. Aber das... Wieso? Ich bin ein Drachenblut. Ich kann rufen. Aber ich darf doch wohl noch schauen, oder? Schadet ja niemandem. Dann beeilt euch. Ich will nicht, dass ihr mit eurem Gestank meine Kunden vertreibt. Die Götter sind denen hold die nächsten Liebe zeigen. Vergesst das nie. Und wer hilft mir beim Tragen? Hä? 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 Wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten? Nein, will ich nicht. Warum hat man dafür keine Mod entwickelt, dass die Leute eigentlich mal anquatschen? Dann wäre doch viel besser. Ja, mühsam ernährt sich der Mordrasch. Mordraschi. Ah, das ist so schlimm. Es ist so weit weg. Ich mache noch eine Aufnahme auf Pause. So, ich muss die Aufnahme wieder anmachen, weil wir sind jetzt gleich da. Und gleich kommt ja das Gespräch. Deswegen muss ich die Aufnahme in dem Fall wieder starten. Das Ganze ist natürlich jetzt ein wenig verschwommen, weil wir erschöpft sind. Und dann machen wir das gleich noch fertig. Gehen dann runter in die Taverne. Schlafen dann dort. Und dann machen wir in der nächsten Runde. Ich weiß auch nicht wann die ist denn weiter. So, den entzaubern wir direkt auch. Nee, Auszauber behalten wir. Jetzt müsste er normalerweise... Immer noch nicht. Kann doch nicht sein. Weil wir die Eisenplatten noch haben. Fendal, komm mal her. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Immer bitte hier die... Nein. Soll ich die nehmen. Den rüsten wir aus. Wir sind immer noch zu hoch. Was? Was? So, nee, das hat er. Ach, ich habe noch den Ball gerufen. Zwei Händervatter haben. Komm, kriegst du noch die Pfeile. So. Geht ihr voran. Jetzt haben wir natürlich das direkt erst mal. Ja, 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 hier. Ähm. Ich diene Jarl Balgrov als Vogt. Von Adrian? Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe sich zu beweisen. Ich werde Balgrov die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Genießt eure Besucher in Drachenfesten. Was sollte es sonst? Also, was ist beim Wachtturm passiert? Voll, er sieht total verschwommen aus, ne? Ich wusste, dass ich mich auf Irillet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Also ist es wahr, die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Die Graubärter. Die Graubärter. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weislauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärter, die euch nach Hochrodga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender. Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des ersten Kaiserreichs zurückgehen. Honga, geht nicht zu hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jahrest. Nein, ich war schon wieder so viel. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass sie zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung. Lass mich mal kurz gucken, was ist das für eine Axt. Die kommen auch direkt ins Zaubern. Weil ich würde mich dann direkt hier speichern. Weil ich habe gleich ein Treffen mit dem Tugusa im Discord, weil wir gleich Left 4 Dead 1 weiterspielen wollen. Deswegen würde ich dann gleich erstmal noch eine Winkelpause machen. Und dann schon mal Left 4 Dead starten. Und dann würde ich da weitermachen, dass wir im Zaubern mich jetzt noch mit rein. Ich werde so zugeballert gerade einfach mit den Sachen. So, Axt von Weiß nachher, sehr schön. Jetzt müssten wir uns eigentlich wieder regenerieren können. Und jetzt regenerieren wir uns wieder. Sehr schön. Das heißt, hier speichere ich dann. Werden Lüthier dann in der nächsten Folge treffen. Werden dann schlafen. Und dann werden wir weiterschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen in Skyrim. Bis zur nächsten Folge im Skyrim-Part. Und im Stream geht es gleich weiter mit Left 4 Dead 1 Kampagne. Und dann geht es mit Tugusa live. Ja mit Tugusa live.